aber sie nennen wir jetzt das feine er willow sein ja und dann willow was halt auch leidig ganz willow wäre besser komm an meine behaarte brust lieber nicht da wird mir noch schlecht also leute das hier wird quasi anypersand normales anypersand mit allerdings moment normales anypersand los kann man nichts leisten also ist eine editierte rom dass man die wichtigste tag im spiel nicht machen kann und ich darf kein magic einsetzen grüße gehen raus und bei die merkel sage ich dann nur jetzt ist das angemerkt deswegen werden wir mal gucken wie das so heute laufen wird ich hoffe ihr habt alle gut gepennt ich hoffe ihr seid alle bereit ein bisschen ko das wetter macht ne echte schaffen gestern war echt übel ich weiß gar nicht wie das wetter heute sein war vielleicht komme ich nämlich heute noch raus von eltern je nachdem wie lange es heute geht hier ich kann es überhaupt nicht einschätzen ich habe jetzt mal die 440 angepeilt aber ich habe jetzt mal die 440 angepeilt aber 24 bis 29 grad angeblich nur das glaub ich selbst aber ob es jetzt wirklich die 40 45 gehen wird gespannt und ich würde sagen 321 vergleichen gegen worst ja ich denke mal der anfang wird weil wir haben es ja schon mal gemacht aber nur so mächtig verwenden durften packern habe ich überhaupt nicht gedacht dass wir auch einige bohnenpinser gar nicht verwenden würden mit dem bootstaxi ging nicht schlecht dann viel spaß zoro pass auf dich auf minion komm heil heim und sauf nicht so viel finger weg von den klopfern und es geht fohle ja wir können gleich eine vorhersage machen ich muss gerade mal noch überlegen ich meine sowas wie ewiges gelevelt ist hier leveling ist eh ausgeschlossen ne was sagen also ich werde jetzt nicht irgendwie in luralen bis 25 leveln oder so ne scheiß ne das habe ich beim letzten mal auch nicht gemacht dann werde ich hier auch nicht machen mal überlegen sie hier wird sich gerechtfertigt ja komm sagen wir einfach mal unter oder überestimate ja komm sagen wir einfach mal unter oder überestimate 45 ne ich mein das ist das estimate also sagen wir jetzt mal das was ich so eingetragen habe ich bin jetzt nicht jeden stil durchgegangen ähm aber sowas umdrehen sollte irgendwie passen denke ich weiß gerade nicht mehr wie lange ich für mein no slice run gebraucht hatte das war eine low field waren vier stunden 10 oder so glaube ich wenn ich mich recht erinnere es geht dr tyro also bei dir fohle und co seid ihr ready seid ihr bereit wieso ist das so heiß leute kann jemand mal draußen die heizung abstellen oder so die sonne kurz mal ein bisschen äh regulieren bisschen runter regulieren ich meine ich habe heute morgen ich bin schon lange wach pelsen mäßig lange wach habe ich schon alles äh alles aufgerissen bisschen durchlüften lassen aber es ist leider trotzdem ziemlich warm sache ist halt ich wohne im altbau ne und altbau ist schlecht isoliert heißt im winter wird schnell kalt was ich gut finde und im sommer wird schnell warm was ich nicht gut finde alles gute bei dir auch soweit wir sind startklar let's go und hier der revilo auch ne perfekt vegane burger ein alkoholfreies radler klingt wie beim ready to ready die so jetzt müssen wir wieder gucken kein slice äh ne ne ich hab da an manchen stellen bisschen mehr zeit drauf gepackt ich meine es war 4 Stunden 10 ich kann gleich mal gucken was ich wirklich hatte war 4 32 wenn ja dann ist es bisschen knapp bemessen und gleich mal google also in der cutscene ist wirklich komisch auch nicht slice zu dürfen zu können er ist einfach behindert er kann nicht slice er würde gern aber er rafft einfach nicht wie es geht okay jetzt habe ich noch mal keinen level ab also nehmen wir alle mit vielleicht reicht es doch aber ich meine sonst fehlt ein gegner so geht's dir gut weibo oder was geht's dir gut weibo oder was geht's dir gut weibo oder was kann man dir helfen DoesnSomething um ne erscheine monsieur nor n doch aber ich kann mich noch mal kurz nach oben bewegen gerade mal schauen wie viel hatte ich wirklich bei meinem no slice run gebraucht oh 432 scheiße egal no magic sollte nicht so viel ausmachen sollte nicht so viel ausmachen i hope i hope also leute mein persönlicher tipp wäre wettet worauf ihr wollt das ist mein persönlicher tipp für diese auf einmal unterestimate langsamer okay warte mal schauen was hat er nicht nur mein geheimer tipp ist wettet worauf ihr wollt ist beides gut möglich also am letzten mal liefen sicherlich viele dinge sehr falsch du hast nichts gemacht noch nicht traut euch leute was ist los ich habe doch gar keine klopfe getrunken ich habe doch gar keine klopfe getrunken was ist los mit dem rat heute mal team 1 trau dich mehr alter geht der dinger jetzt das ist natürlich die wette ist ein bisschen unfair da kann man nicht richtig abschätzen wird das wird er besser oder schlechter sein weil die kniffligen stellen kommen halt erst später ne wo magic relevant ist oder um slice vor allen dingen gut im early game ist auch schon nervig ne oh warte mal ich muss ja ding ich darf ja gar nicht scheiße ich habe gar nicht an den shadowkeeper gedacht mach ich den am besten aber das wird ein langer scheißkampf beim letzten mal habe ich den einfach mit dem feuerring mit zwei feuerringen gekillt was geht der waschtest und was geht oh da habe ich die du aha guck mal sind ganz schön viele nonbeliever glaubt ihr ich bin der weltrekord teil der internik man jeder kategorie denkt ihr nicht dass ich das instrument schaffe oder was denkt ihr das nicht also ich glaube nicht perfekt so ist es recht also gleich viele glauben da muss ich erstmal gucken die klauen müssen erstmal weg ich hoffe das weißt du ich glaube ihr vergisst Phase 1 ein paar viele klopfer und team 2 könnte gewinnen ich weiß nicht ich weiß nicht not quite sure ich würde sagen wir gar keine fake wetter ne hätten wir auch erstmal machen können zu spät diese äh etwas legal intermedi dr in z erst eine absolute frechheit also einfach eine absolute frechheit dass sowas passiert wenn es natürlich wenn es so ein challenge das ist eine absolute frechheit muss man sagen es geht dicker es geht kredi und es geht kippen crunch also ihr seht es ist 440 ich würde schneller als 440 sein ihr seht schon vielleicht hat team zweite übernommen sind jetzt die klopfer trinken würde er hat 70 fast ganz klar oder 69 gerade noch ein schul zu bewegungen stehen wir jetzt dass die nummer 69 42 420 trinken wir die ford wenn die mal einfach und wenn ihr besonders gut geschmeckt schon kann ich nicht mehr spielen ich glaube schon kann ich nicht mehr es geht extra tv morgen mein sohn zum glück gab es keine wette was auf die entdecker und ihr euch wusste was das mit ihr euch wäre ich kein belieb er hey es geht hier zurück ich dachte schon weg verpiss dich endlich das wird versprochen das weg bist und juf lang wenn voll oben so ben so ich komme zu ternik mal speedruns heute sogar in der special edition Was ist denn, Captain Grunge? Ich hoffe, du bist gut. Okay, sieht schlecht aus. Wie hatte ich das noch mal gemacht ohne Slice? Aber hey, vielmehr von den giftes Zap hier an Anti-Materia. Scheiße, wie hatte ich das ohne Slice noch mal gemacht? Da ist der ganze Timelied weg. Das ist der Blitzstich, aka Slice. Das ist hier rausgepatcht worden. Immer wenn ich das machen will, dann schlägt er einfach nur. Deswegen, nichts wundern, dass ich die Attacke einfach nicht mache. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht hatte. Ich bin zu viel anders. Okay. Ja, ja, was geht? Willkommen, mein Sohn. Aber Leute, ihr müsst trotzdem an die Sub, äh, 440 Belieben. Also, kann ich mal Weltrekord teilen, dann würdest du es wohl schaffen, oder? Mal gucken. Ich meine, wir werden... Oh. Ich bin gerade schlecht am Kielmann selber. Wir müssen einfach Belieben. I speak English. No, easy peasy. Oh, oh fuck. Easy peasy, Captain Grunge. Of course I remember you. Aber was läuft mit dir, Schmatzinsen? Oh. Ich hoffe, dir geht es sehr gut. Vielleicht hast du heute das Glück beim Lucky Will, Schmatzinsen. Vielleicht ist heute der Tag der Postkarte gekommen. Ich kenne dich von Speed und Alle. Ja, cool. Das freut mich. Wahrscheinlich vom, äh, der Anigma-Run bei Speed und Dahle. Vielleicht auch von Illusion of Time. Die anderen waren auch okay. Äh, Ich hoffe, wir verlieren ein bisschen Zeit. Wir verlieren so... Gar nicht viel, glaube ich. Zehn Sekunden oder so. Oder erinnere ich mich gerade komplett. Aber wirklich viel lang für deinen Support, Schmatzinsen. Oh, oh. Ohne Slice fühlt man sich wirklich... Das ist wirklich... Die Schissen, sage ich euch. Boah, richtige Party hier. Weg da. Guck mal, wir verlieren ja kaum Zeit, ne? Trotzdem tot, ne? Wahrscheinlich einkalkuliert. So, Shadow Keeper, da ist nicht viel Zeit einkalkuliert. Äh, das ist schlecht. Da ist wirklich nicht viel Zeit einkalkuliert. Das ist 20 Sekunden. Da werde ich auf jeden Fall was verlieren. Auf jeden Fall viel verlieren. Weil da muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich den Shadow Keeper auch überlebe. Besser man auf Twitch verdienen, vom besten Supporter... Vom besten Supporter zu werden. Das freut mich sehr, mein Sohn. Jetzt gibt's Schlägerei, ja. Jetzt gibt es eine ordentliche Prügelei. Genau, alle beide waren super. Und Herr Nigma ist mein Lieblingsspiel. Das freut mich. Meins auch, Schwung. Da bist du hier genau richtig gelandet, ne? Bin vielleicht bald wieder bei Spirondale. Mal schauen. Vielleicht ergibt es sich bald wieder. Mit noch ein paar anderen coolen Games. Aber, ne? Die sind ja auch immer sehr busy. Haben immer ein sehr volles Programm. die Frisier und Gregor. Na, gucken wir mal. Also Leute. 144. Aus vollster Überzeugung sage ich, ja, das schaffe ich. 144. Außer ich muss heute 100 Klopfer trinken. Dann vielleicht nicht. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, dann Leute, ihr könnt believen. Aber hinterher nicht weinen, falls es doch nicht klappt, ne? Aber Eddie mit der Klopferkinderpackung, ich glaub, der hat die gestern schon getrunken und ist heute im Koma. Also seit gestern im Koma und wir müssen hoffen, dass er heute aufwacht, ne? So, ich glaube allerdings, hab ich überhaupt Kohle. Ich plünder gleich beim, beim ältesten ein bisschen die Drohnen. Ich glaub, dann kauf ich mir, äh, Knollen. Ich mein, theoretisch kann ich auch blocken. Ach komm, die eine Knolle wird reichen. Ups, da war die Kohle. Small Bulb wird doch hoffentlich helfen. Bald gibt's den Run. No Slice, no Magic, no Heal, no Block. Gar nichts. Alles verboten. Alles, nichts erlaubt. No Slide, no, äh, nur Step only. No Controller, ja. Nur Amorlauf. Irgendwann, ne? Und Run-Button nur da, wo nötig. Gibt's ne Stelle im Spiel, wo man runnen muss? Ich glaube, äh, ich hab nicht mal einen Cracklef bei diesen fallenden Dingern. Ich hab, selbst da kann man rüber gehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich vertraue jetzt mal einfach auf meinen Skill und werde mir nichts kaufen. Ich werde sagen, okay, ja, ja, gut, das ist aber nicht rennen, Das ist ja so ein Item. Aber ja, da brauchen wir Tuboboots, äh, aber sonst. Ich hab nirgends. Es läuft, Hannibal. Bei mir ist alles fresh und bei dir. Bei den anderen hoffe ich doch auch. ja, ja, hab ich meine, das reguläre Rennen. Du Eierkopf. Affe. Schauen wir mal, wie das wird. Ähm. Ähm. Stimmt, ja. In so viel Kase brauchen wir das. Aber gut. Das könnte eine Ausnahme sein. Das könnte eine Ausnahme sein. nicht immer montags. Irgendwie 38, 39 Grad. Das wird absoluter Abfuck werden. Aber was passt da nicht. So, und jetzt so. Phase 1. Schauen wir mal an. Ohne Slice. Das wird klasse. Pff. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und die Möwe kommt angeflogen. Möwe, wie liefst du? Aha, trifft mich nicht, links oder was? Irgendwie habe ich das Gefühl, er trefft mich doch. Ich habe eine bessere Idee. Aber so geht es auch besser. Wenn du in der Mitte stehst, macht er die Attacke eh nicht, von daher. Leider sind wir rot, aber das lag an der AMG. Wer hat lagert, kann man nichts tun. Der ist recht dumm. Deswegen ist er nur der Arc 1 Boss. Guck mal, der Black Iron ist auch ein Believer. Credia ist auch ein Believer. Ist der Aculine auch ein Believer oder nicht? Unter anderem im Cars, wo man die Tourboots braucht. Ne, da brauchst du nicht. Wenn du die rechte Stelle mal... Achso, du meinst in der Mitte vielleicht? Kommt man da... Ich glaube, da kann man auch ohne Rennen rüberkommen, jeweils. Das können wir testen, irgendwann mal. Das macht nicht. Du kannst sehr weit nach oben, bzw. sehr weit nach unten laufen. Das täuscht ein wenig. Ähm... Also rechts auf jeden Fall. In der Mitte weiß ich nichts. Was geht, Tim? Hier wieder organ, dieses Mal aber ohne Softlock. Schauen wir mal. Technikmal ist Softlock nicht so gängig. Natürlich beliebig. Jo, ist richtig. Jojo sagt dir, was geht. Natürlich schaffst du das. Würde ich sagen. Äh, hallo? Wir sind Team 2, genauso wie Fohle. Leute, was soll denn der Scheiß? Ihr könnt, by the way, noch vier Minuten... Könnt ihr noch die Matchbox reinspritzen. Bodenfälschung, aber echt. Oh, was? Wie viele Punkte hat denn der Fohle reingeorgelt? Oh, der John! Der Versager. Äh, was? Ich meine, nein. Der beste Mod. Der John hat ganz schön viel reingeknallt jetzt am Ende noch. So glauben die Mods an mich. So glauben sie. Der kennt mich doch sehr gut. Eigentlich müsst ihr... Der will euch nur verarschen. Der John ist so nett. Der will euch einfach Punkte schenken. Voll cool von ihm, actually. Voll cool. Voll nett. Leute, gehen alle in Team 1? Was? Du hast nur A46k reingespritzt. Glaubt an ihn. Wusstet ihr, der John hat schon so viele, äh, so viele Magic Rocks. Ob der jetzt 150k verliert oder gewinnt, das ist dem scheißegal. Hä, wenn du, wenn du, äh, eine Milliarde hast, ist das egal. Wusstet ihr, dass es einen Tyranigma-Manga gibt, wo ZB, Ark in seinen Dorf als Frechdachs dargestellt. Richtig gemein. Im Spiel kann man dann am Anfang sich entschuldigen bei diversen Leuten. Äh, ich sag mal, ähm, der John hat eine Milliarde Magic Rocks, dem ist das egal, ne? Und wieder wie die 100 Bits, Uweebo. Ja, aber der Ark ist auch frechdachs. So fängt er das Spiel bisschen an, so von wegen, er hat die Hühner ins Haus getrieben. Was ich je nicht verstehe so, aber... Hm. Aber vielen Dank für deinen Support, mein Sohn. Oh, der muss sich am Anfang des Spiels entschuldigen bei, äh, in der Wehberei, ne? Sonst geht es nicht weiter, aber dennoch, ich sag mal so, den Anfang vom Spiel hab ich eh nie so verstanden. Äh, muss ich sagen, warum das auf einmal so ist mit, äh, so, du musst dich entschuldigen, dann darfst du die Welt retten. Aber... Oh, da hat irgendjemand, äh, äh... Da ist irgendjemand ins Team 1 gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist Kampf der Giganten, ist angesagt. Kampf der Giganten. Du meinst, weil, äh, ist das sowas wie bei Star Wars mit hier dunkle Seite und, äh, hier helle Seite und sowas, ne? Wenn er frech ist und frech die Welt rettet, ist er dann... Können er ein Sif-Lord werden und deswegen muss ich erst entschuldigen, wissen, dass er was falsch gemacht hat und dann wird er halt ein Jedi-Meister, sowas in der Art. Ja, genau so. Genau, genau das war der Gedanke. Früher. Im Tidescreen, ja. Jetzt hab ich wenig AP, ich hätte die Äpfel fressen sollen. Ich hätte die Äpfel fressen sollen. Ich kann nichts leißen. Lern's endlich. Arg. Du kannst nichts leißen, Arg. Ja, Mac-Hat-Hunder. Wie geht's hier stets? Eines? Das beste SNES-Game. Meinst du doch, oder? Und nicht wundern, das hier ist quasi ein Rom-Hack, wo wir keinen Blitzstich machen können. Weil das die Most-OP-Attack im Game ist. Für Arg. So, dann nehmen wir den da mal mit. Such einen, wenn wir einen. Nee. 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 Junge, der ist schwierig. Der Kevin hat gar nicht gevotet. Als Kuba-Dier? Naja, da gab es auch noch Lufi. Oh, bitte. Komm. Bist du... Hat dich John geschickt? Hat dich die Lufi-Fraktion geschickt? Aber willkommen hier. Mac-Head-Hunter. Naja, wovon mal. Ich hasse, wenn der Chat mich nicht hochskonnt ist. Ich glaube, es ist quasi die Nach-Erzählung von Ternigma. Ah, hab ich mir schon gedacht. Was läuft bei dir, Kevin? Du bist gerade erst nach Hause gekommen. Warst du in Kufen? Ich hoffe, du hast ein paar Klopfer... paar Packungen Klopfer gekauft. Verdammt. No Slice. No Slice gibt's ja dann bei Crowd Control. Give it by Crowd Control. Oh, tschüss. Also... Tut mir leid, Kevin. Gleich mit dem Rom-Hack ohne No Slice. Das wäre ja... absolut unfair. Ich kenne nicht viele Leute, die Lufi lieben. Ich kenne nicht viele Leute, die Lufi lieben, die Lufi lieben, die Lufi lieben, die Lufi lieben, die Lufi lieben. Da gehen wir nochmal rein. Aber Schwimmsgeist hätte ich auch Bock drauf. Und Nordsee ist schon lang nicht mehr bei der Nordsee gewesen, seitdem die eine da bei uns dichtgemacht hat. Aber Nordsee fand ich schon immer geil. Easy, ne? Oh, Lufi, da kommen die Ursa an. Wie scheiße. Ohne Slice bist du hier sehr hilflos, wie man sieht. Ohne Slice bist du hier. So, das ist jetzt gleich wirklich da wieder, Leude. Ihr kenne ja Parasite. Gütig, der Herr. Nur erklärt viel mehr mit Fisch zu tun. Was läuft bei dir, Wurst, Angie? Bist du bereit für einen Struggle hier? Weil das wird absoluter Struggle. Kein Slice und kein Magic. Also die nächste Stufe, was es noch viel härter machen würde, wäre No Slice, No Magic, No Heal Items. Also No Heal Items und das gibt es auch schon, aber jetzt schauen wir erst mal, wie das hier läuft, ne? Ich glaube, das wird schon übel genug. Komm, machen wir mal, dass ich dies. Was läuft bei dieser Wurst, Angie? Ist auch gerade am Shrimp's fressen, wieder Kevin. Oh mein Gott. Und ja, Leute, für alle, die Lufie lieben. Leider Gottes wird bald hier Lufie laufen. Du willst zwei, Anyperson, No RNG, Mann, ne? Bald. Aber erst noch Secret of Mana, Glitchless. Von daher... Ich werde gezwungen, cholerische Schicken. Ich werde gezwungen. Ich rieße mal mein Level ab hier. Bei der Bank einer anderen Stadt, weil die bei uns vor Wochen weggesprengt wurden. Hörst mir leid, Leute. Also ich bin hier bei dem Parodact-Kampf muss ich sogar noch mehr konzentrierter als sonst, ne? Was ich auch acht, äh, schon zehn Jahre auch nicht mehr bei der Nordsee, aber das ist immer geil gewesen. Wenn nur Slides und Dice ist, glaube ich, eh schlimmer, wenn Dice... Was soll ich bei dir cholerisches Schicken? Wenn ich mal wieder richtig bei, bei einem Stream dabei... Ja, die Wurst, Angie ist halt ein bisschen, ne? Die Wurst, Angie muss sich hier und dort rumtreiben, ne? Da, wo sie gerade, äh, gebraucht wird. Wo sie Runs zerstören kann. Warum hast du nicht die andere Waffe geholt, wenn ich fragen darf? Äh, das wäre doch um fünf Sek... Nur um fünf Sekunden Umwege gewesen. Macht aber nur den Schaden extra. Also werden es fünf Sekunden kein Lost gewesen. Plus Equippen, zehn Sekunden Time Lost ungefähr, für nicht so wieder nichts. Es gibt in dem Spiel sehr viele Waffen, äh, und im Endeffekt kommt eh fast alles nur aufs Level an. Es gibt schon ein paar Waffen, die sehr stark sind, aber die im Early-Game gehören nicht dazu. Und die meisten Waffen im Mid-Game auch nicht. Hat er so mit Team 2 abgemacht. Äh, nee, nee. Lost kriege ich sowieso gleich im nächsten Land eine Waffe. Dann werde ich schon wieder, äh, obsolet, ne? Und hier wollen wir ja leveln, ne? Für alle, die es nicht gemerkt haben. Also ich will nicht den Boss, äh, so schnell wie möglich töten, sondern ich möchte hier leveln. Ich freu' sich auf den Lufio-Speedrun, gezwungen. Ich werde gezwungen. Ich wurde verarscht. Barbie-Supermodel hat mir irgendwie, wie es mir gefallen hat, sehr schlecht. Das wird ein neues Meme-Goal. Barbie-Supermodel, VR-Attempts, ne? Äh, Speedruns. Bei X. X, 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 X-Subs. Aber, what's on, wie? Du freust dich doch sicherlich nicht mehr auf die Lufio-2-Speedruns, als auf die Mana-Speedruns, ne? Wie zum Beispiel, äh, jetzt Glitchless ab nächster Woche, hoffentlich. Ich gehe dir bekannten Bestechung aus dem DSZ-4-T-0-CX. 69 AP, ist das ein Zufall? Ich glaube nicht. Ähm, der gute Funkenflug, wenn ich mich richtig erinnere. Du meinst beim, äh, ja gut, der hilft an manchen Stellen, das ist korrekt. Aber Slice ist halt das aller, aller, allerwichtigste mit weitem Abstand. In der Woche bin ich ja in Österreich zum Arbeiten, hab dann abends eher weniger Bock, äh, noch auf Zocken, Streamen schauen. Deshalb erst am Wochenende. Macht ja nix. Äh. Na, also, das cholerische, äh, Hühnchen ist ein Geschäftshühnchen. Äh, will gerne zu jedem Kunden und zur Arbeit kriegen. Was? Blondieren schon drin, äh, noch nicht. Und viel Dank für die 100 Bits. Fohle, mein Sohn. Äh, um was geht der Raid? Wie geht's für den Raid der Raid? Geht sich stets. Ha, danke. Und wie lief's bei dir so, der Raid? Blondieren ist noch nicht drin. Lars, du musst mir ein gutes Angebot machen fürs, äh, Blondieren. Gutes, äh, Meme-Goal. Du musst ein gutes Meme-Goal machen fürs Blondieren. Bestechungs-Bits. Ah, ich glaub, ich weiß nicht, ob die, ob die ausreichen. Also, ich weiß nicht, ob die ausreichen. Aber die ganzen Stream über, meinst du dann, Kevin? Wenn ich dann so einen 16-Stunden-Stream mache, okay. Irgendwie muss man sich ja den Hühnerstall finanzieren. Aber dann bist du doch irgendwann nicht mehr so cholerisch, oder? Wenn du dann so deine Hühnerstall-Villa hast, ne? Was läuft bei dir, Peri-Airlis? Was? Heute war kein Lucia geplant. Suche schon nach Soft- und Hard-Logs, den Lucia. Ja, wie sieht's mit dem Gargoyle-Quest aus, oder so? Das wollte ich ja auch noch machen, äh, Peri-Airlis, ne? 400-Saps in einem Stream... Ne, ne, das ist zu wenig. Tut mir leid, Lars. Tut mir leid. Ich mein, das klingt erstmal viel. Ist ja auch viel. Also 400-Saps in einem Stream sind schon sehr, sehr viel. Aber, da muss ich mir meine Haare blond machen. Hallo? Dann hocke ich hier da wie du? Das klingt jetzt erstmal noch negativ, ne? Ist es aber nicht. An Blond und auch an Glatze ist erstmal nicht schlimm, würde ich jetzt mal sagen. Aber für mich persönlich, ne? Weil ich, ich sag mal so, es gibt eine Million Menschen, die mit Glatze oder Blond gut aussehen. Aber ich glaub, ich würde mit Blond oder auch mit Glatze ulkig aussehen. Damit der Runsch gibt. Ne, ich muss ja in No-Arm jemandem sogar den WR holen, Fohle. Oh, jetzt kommt. Da hat man immer spontan Bock. Man spontan Bock, äh, die Kartus kaputt zu machen, oder? Waschtisch. Kommt noch. 425.000 Bits in einem Stream, hm. Da muss ich mir erst noch was überlegen. Haare blondieren. Ja, da steht nicht, wie lange sie blond sein müssen. Das stimmt auch, ne? Und da müsste man schon was, ähm, Faires festlegen. Weil sonst, weil ich blondieren, ein Tagsspiel wieder weg und fertig, ne? Da müsste es schon heißen, wie eine gewisse Zeit, ne? Ich mein, bei Glatze, das ist logisch, ne? Wenn die Haare weg sind, dann... Dann muss ich warten, bis die nachwachsen. Ein Monat, oah, Alter. Ein Monat blonde Haare. Okay, okay, wir holen die Waffe, sonst machen wir kein Damage. Ja, ich möchte... Ja, der Chat will immer, dass ich leide, Weibo, ne? Also, viele der Goals sind darauf ausgelegt, dass ich leide. Aber... Es geht, Fulu. Dann bist du ja beruhigt, ja. Leider Gottes, äh, Fohle, das ist... Schlecht für mich, das Lufier Goal. Ja, wir könnten nachher ein bisschen Kohle gebrauchen. Rot nicht schlimm, ne? Äh, ich weiß nicht, wie es zu blond kam, aber... Blond ist... Beide, also, beides schlimm, ne? Also, sowas wie grün, würde ich eh ausschließen. Das würde ich nicht machen. Ne? Das muss schon eine normale... Ach mein Gott, einigermaßen normale Haarfarbe noch sein, aber dennoch... Fände ich beides nicht toll. Also, wie gesagt, ich bin so... Bin das so gewöhnt. Und hätte das gern weiterhin so, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, was... Vor allem muss ich halt auch für A-Cosplay... Habe ich auch, ne? A-Cosplay muss ich auch noch was festlegen, aber ich weiß echt nicht, was ich da festlegen sollte. Weil, ich sag mal... Sag mal, es gibt ja auch noch, äh... Den Sa... Den Sabaton, ne? Der... Der bald kommt, ne? Nicht viel... Nicht so viel wie der Warme. Ja, also, selber haben auch hier angeblich 21 Grad. Das kann ich nicht glauben, actually. Und hier war doch in den 90ern. Hallo, und wo befinden wir uns jetzt grad? Ich sag, wie viele Minuten? Äh... Beim Sabaton... Äh, das habe ich noch nicht festgelegt. Also, der findet Anfang September statt. Ähm... Woh... Ach, komm her! Ähm... Aber da werden wir uns noch einiges überlegen, ne? Also, Mods und ich, ne? Da werden wir noch einige coole Sachen überlegen. Das ist wie ein Boomerang. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Blocken? Nee, nee, nee. Aber ja, blondierte Haare. Wenn der Rere will, ernst macht. Blondierte Haare. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Blondierte Achselhaare. Die kann ich wenigstens abrassigen. Bitte nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht mehr. Mach nicht mehr. Obwohl, ich kann ich mir. Kann er mit dem Kopf auch machen? Nein. Was geht Warwick? Und ja, kam hier das Thema auf, schon jede Haare, aber hm. Ich weiß nicht, davon bin ich nicht überzeugt. Nee, nix Strähnen hier. Ganz oder gar nicht. Keine Strähnchen hier. Ah, du meinst, äh, die anderen hier, meine Family und so, die sehen das dann nicht, ne? Und sonst wer, oder beim Einkaufen, soll ich dann immer eine Mütze tragen? Es ist so heiß, ey. Warum wirkt die Klimaanlage nicht? Gefühlt wirkt die gerade nicht. Also, wie gesagt, Haare blondieren, das muss wirklich ein Mix aus Subs und Bits werden, damit es nie erreicht wird. Komm. Was geht seit Tags? Und jo, Professor Arik. Wie sie steht's. Kann man hier nicht machen. Also, man kann hier, ich dachte, wir sind eine Family. Sollen die hier mit Klatschen verbinden? Nee. Ähm, sag mal, ähm, ähm, bestellen, da müsste ich immer bei Liberando bestellen, weil ich kann, hier kann man nicht bei Edeka oder so bestellen. Ah, ich kann hier gar nicht, oh mein Gott, ich muss aufpassen. Ich kann hier gar nicht sleißen, ganz vergessen. Aber den wollen wir ein bisschen leveln, jetzt den Kunden. Er muss jetzt sehr weit links oder sehr weit rechts, äh, Mist. Sehr weit links oder sehr weit rechts, äh, diven immer. Okay, das reicht. Ja, pick doch, du Idiot. Nee, nee, das geht hier leider nicht, dass wir, also ich könnte wirklich nur Liberando bestellen. Also, Edeka oder Lidl oder so, die liefern hier leider noch nicht. Und ich glaube, das wird auch nicht so schnell kommen. Hellofresh? Da muss ich ja selber kochen. Äh, nee, dich nehmen wir nicht. Nur wenn ihr mir Hellofresh, äh, finanziert. Ich esse doch nicht einfach so gesund. Bist du wahnsinnig. Okay, Setup. 24, äh, äh, 51. Marquardin, kann man nicht bei Amazon bestellen, oder? Flaschenpost. Die Arc-Friese? Die Arc-Friese? Nee. Also, keine Rewe, die liefern doch. Äh, hier nicht. Aber Rewe haben wir, ja. Aber die liefert nicht. Ähm. Nein, du Spaß. Masinori. Ein Monat hat halt nur Holy Energy. Ein Monat nur Mark quaken. Kann man fast alles bei Amazon bestellen. Also Milchprodukte. Milch auch, ja, aber so Magerquark und sowas. Ich weiß nicht. Kann man Magerquark bestellen? Bei Dingen, ich glaube nicht. Elternlieferdienst. Hervorat. Sohle, der hält vielleicht einen Monat, ja. Aber ich weiß nicht. Ich würde mit blonden Haaren sehr ulkig aussehen. Würde ich mich zur Lachnummer machen. Wie der Riyad, falls ihr den Riyad kennt. Oh, da, jo, was geht Riyad? Wir haben ganz sicher nicht über dich geredet. Ähm. Was läuft bei dir, Riyad? Gute Börse, würde ich sagen. Was läuft bei dir, Riyad? Und dann Bambu Shadow für die 55 Monate. Was läuft bei dir? Magerquark kannst du kaufen, echt? Von Magerquark bekomme ich Verstopfung. Was läuft bei dir, Bambu? Mein affiger Sohn. Man macht sich nur lächelig, wenn man es zulässt. Kann euch ja die Möglichkeit geben, ne? Aber es muss eine so geringe Möglichkeit Chance geben, dass es eigentlich so unrealistisch ist, dass es nicht erreicht wird. Dann ist ein gewisser Nervenkitzel da, aber irgendwie auch nicht. Flaschenpost liefert alles, aber ob die es dann in der Nähe gibt, ich glaube nicht. Hab ich... No Slice and no Magic, ne? Also es heißt Blatty-Merkel-Schlägerei of Doom, ne? Sieben Euro pro Kilo. Was? Alter. Was geht, Mark? Der Mark war jetzt teurer geworden. Ah, ich hätte eigentlich was kaufen sollen. Ach, kauf ich gleich. So was, Leute? Damit kann Zuno gut werden, ne? Das ist quasi ein Zaubertrank, wenn man so will, ne? Dann, äh... Hilft eher Team 2. Also in geringen Mengen hilft dieser Zaubertrank Team 1. In hohen Mengen hilft dieser Zaubertrank Team 2. Alter, schon werde ich werde ich das Spiel zerstören. Pass auf. Hm, da kann ich nicht reinfallen. Äh, welcher war das hier? Der noch? Ne. Nee. Aufgepasst, Leute. Jetzt wird das Spiel kaputt gemacht. qué lit ihnen? Was? ... ... ... ... ... ... Was he doing this? Oh, come. While I'm going to follow him. Der Stream ist gerettet, der Marc ist da. Na, endlich, ne? Endlich. Mann, habe ich darauf lange gewartet, dass der Marc hier endlich kommt und den Stream rettet. Ich habe in den Reachman geguckt und ich habe das Glitzern in Satoks Augen gesehen, wie begeistert er von Barbie ist. Ich kann dich nur enttäuschen, anstoßen, Barbie, Supermodel, Speedrun. Das kann maximal ein Meme-Goal werden. Maximal. Genau wie das Haare blondieren. Alles, wo ich mich lächerlich mache, muss ein Meme-Goal werden. X-B hat sich gelohnt. Ich habe dich noch da. Ah, nur ne scheiß kleine Ball. Ich glaube, dann leck mich am Arsch. Als Team müssen wir wirklich aufpassen und actually. Ja, tut mir leid. Das gibt es schon, Warwick. Das Slicen ist komplett raus. Ich kann, ist rausgepatcht. Quasi. So sieht es aus, wenn ich Slicen möchte. Er schlägt einfach. Mag immer noch wehren, Barbie. Mehr oder weniger. Updates. Mach's doch super. Im Moment lege ich gute Zeit schon. Glaub mir. Ich werde richtig tryharden, dass ich schaffe. Wirklich. Keine Sorge. Das ist einkalkuliert. In den Splits. Komm her, du Spass. Auch ohne Bohnenbrennen. Ja. Gar keine Magie, ne? Ich schummel doch her. Wo schummel ich? Ich würde nie bescheißen. Auch nie. Euch würde ich auch nie bescheißen. Jo, Barbie-Talks, vielen Dank. Hallo. Das ist ein Bamboo. Tut mir leid. Tut mir leid. Barbie Supermodel. Ihr habt das geile Spiel gesehen. Das schafft es nur als Giga-Meme-Goal rein. Blonder Mann. Bald blonder Mann. Tut mir leid. Das ist noch nicht festgelegt. Das ist noch nicht festgelegt. Das ist noch nicht festgelegt. Ich darf jedenfalls für blondieren oder so. Darf ich jedenfalls nichts einfach so machen. So wie Subspot-Stream. Das muss ne Kombo aus beidem werden. Ne, das hab ich selber gepatcht. Aber der Kredi hat mir gesagt, was ich machen muss. Aber ich war's. Ich hab's gepatcht, okay? Ist egal, dass Kredi mir genau gesagt hat, wo ich was eingeben muss. Aber ich hab's gemacht. Also bitte mal nicht lügen hier, okay? Bitte hier. Ich hab's gekodet. Ich hab's gekodet, ne? Ja, ja, ne? Wo hast du was umgeschrieben? Ah, das kann ich dir jetzt grad nicht mehr genau sagen. Von irgendwelchen vier verschiedenen Koordinaten, wo ich bestimmte Koordinaten eingeben musste. Und nur das hat mir Kredi gegeben. Nur das hat mir Kredi gegeben. Ne, nicht ganz, das waren so ganz komische Sachen. Ganz komische Werte, die man eingeben musste. Darauf wär ich sicher auch so gekommen. Nicht. Oh, jetzt mach ich aber lange aufpassen, ne? Ich hab mir da und die mach's nix, ne? Immer noch grün, leider. Aufsitz mit Werten eingegeben. Genau. Meine Welt würde ich sowas Script Kitty nennen. Heute noch kaum Klopfer getrunken. Tja. Zwei Stück reichen noch. Team 2. Da werden sich Lucky Dragon, Kefri Will und London Wiggen sicher verbinden. Für was? Für's blondieren? Das blöde Spiel spiel ich zum ersten, zum zweiten Mal und dann wieder ein Superspieler. Ne, ne, ne. So bin ich nicht. Der gemeine Schwert, diese Pace. Ja, wart mal ab. Wart mal ab schon. Mal gucken. Ähm. Wie, glaub ich, ein Luran eingeplant? Guck mal. Luran ist immer viel eingeplant. Auch Reklamada ist mehr eingeplant als nötig, ne? Also. Ich würde an deiner Stelle zittern schon. Und deine Magic Rocks. Tja. Eckilein. Hat da natürlich geklingelt. Witzigerweise ist doch heute wirklich ein Paket gekommen. Ungefähr diese Uhrzeit. Aber. Egal. Das Estimate hier ist wichtiger. So was Team 2. Ich trinke für euch gleich noch einen Klopfer. Aber wie gesagt, noch wirkt es als Zauberdrang. Eigentlich ist es dann für Team 1. Dann trinke ich für Team 1 einen Klopfer. Alle Klopfer. Ich habe, ich habe 100 Klopfer daheim aktuell. Ich glaube, die würde ich nicht trinken wollen an einem Tag. Tod. Okay. Was geht, Mental Chaos? Ich habe doch da noch starken Alkohol getrunken. Erinnerst du dich nicht mehr, Kevin? Habe ich da noch starken Alkohol getrunken? Und sogar noch danach war ich noch wach und habe dann im Boys noch weiter getrunken. Aber 100, naja okay, ich habe jetzt keine 100 mehr. Tut mir leid. War gelogen. Ich habe noch 98. Und hier werden wir leider so, ich werde es mal schätzen sollen, sechs, sieben Sekunden würde ich sagen, verlieren wir. Allein wegen dem Text, ne? Also wegen dem Pfeilname Revillo. Die mal Daumen. Ja mit nem Sascha. Äh, geht nicht. Der ist rausgepatcht. Guck mal, so sieht es aus, äh, Mental Chaos, wenn ich slice möchte. Alter, warte, war ich behindert, ey, was mache ich denn da? Das war, äh, das war sehr greedy. Aber damit kann ich nochmal ein bisschen Sidesafen. In meinen Any-Person-Runs, ne? In Lime Journey. Pro, pro Ding, äh, spare ich damit einfach mal pro Screen. Äh, weiß nicht, 10, 15 Frames. Hammer, oder? Also es ist eine ganze Sekunde nochmal Timesay. Jo, Ninja Seven. Oder Ninja Seven. Äh, Slice ist der Blitzstich. Das ist die, äh, wichtigste Attacke im Terranigma Speedrun. Und wahrscheinlich auch im Casual playthrough. Weil dieser Blitzstich, ne? Wenn, wenn ich den jetzt, das ist rausgepatcht, wenn ich den machen möchte, dann macht er nicht hier diesen Angriff nach vorne, Sondern dann sieht es, dann haut er einfach ganz normal, ne? Quasi Rennen und Attacke. Das ist rausgepatcht. Und dadurch, äh, bei der Attacke machst du je nach Gegner viel Damage. Aber die ist overall eine sehr starke Attacke. Und du bist unverwundbar, während du die Attacke machst. Und das ist bei vielen Bossen sehr relevant. Und das geht einfach nicht. In dieser Version. Dadurch ist man sehr, sehr verwundbar. Hä, was? Ich hab's gemacht, Riyad. Rufmord. Ich hab's gepatcht. Äh, dass mir die nötigen Informationen weitergetragen, äh, hier gegeben sind, äh, worden sind. Ist egal, ich hab's gepatcht. Fahrrad chats придetent. Nah... G bitch. Ah, nö... Töje. Das ist ein Challenge Run, Ninja, aber kein Glitch, richtig, war zu einfach, ne ne, wie ich gesagt, das ist einfach ein Challenge Run, war quasi ein Sub-Goal, wozu mich die Leute getrieben haben, du hast nur den Stumpf abgetippt, ne, ich hab die Arbeit gemacht, ich war's, nun krieg ich dir ein bisschen geholfen, keck, genau, guck was Fulu sagt, logisch, ist doch logisch, eindeutig, Kappa, Kappa Klaus, man darf nicht in der Takt im Takt zu der Musik schwingen, das werd ich melden, der mal. Danke für die Erklärung. Und als System Engineer kann ich bestätigen, wir schreiben alle nur irgendwo ab, D. Ja und vielen Dank hier, vielen Dank für die zwei Monate Ninja 7, freut mich sehr, dass du schon zwei Monate mit dabei bist, jetzt hast du nicht mehr, jetzt hast du nicht den Crystal Spears, jetzt hast du sogar die Waffe aus dem Radio, die leider sehr useless ist, aber sie sieht cool aus und vielen Dank für deinen Support, freut mich wirklich sehr. Jetzt hast du die, ähm, die besten Ternigma Emotes in allen Universen, in jedem Paralleluniversum, in diesem Universum, in der Galaxie, auf der Welt, überall, hast du jetzt die besten Ternigma Emotes, garantiert. Man darf auch nicht vergessen, wer das Spiel gestartet hat, richtig, ne, das war viel Arbeit, Kunst. Rom auf die C-Karte gemacht, eine C-Karte in der C2-Snes, Cartridge in die Super Nintendo, jetzt wird's langsam lächerlich, ne, äh, angemacht, Spiel gestartet, also, jetzt die, was war, ich bin heute das erste Mal hier, ich bin leicht verwirrt, aber hey, Twitch lügt nicht, also, du bist schon zwei Monate dabei, scheinbar, okay, das ist eigentlich Scam, da hast du einen Monat lang nicht die besten Ternigma Emotes auf der ganzen Welt, äh, verwendet, aber jetzt, ab jetzt, vielen Dank dafür. Wird ja immer wilder mit den Emotes hier, was? Äh, oder ein Sub gemacht, was? Da hatte wohl ein Random Sub vorher, genau, da hatte ich wohl ein Random Sub irgendwie erwischt. Garantier, garantier, das kannst du aber nicht beweisen, absoluter Scam hier. Äh, beweis mir das Gegenteil. Es ist so lange richtig, bis mir das Gegenteil bewiesen wird. GG. Und, jo, es geht, Hux, überall, also, wirklich, es gibt in irgendeinem Paralleluniversum gibt's vielleicht nochmal einen Ternigma-Runner, äh, namens Sartox, der überall den VR hat, in diesem Universum dann, aber der hat sicherlich trotzdem schlechtere Emotes als hier. Beweis mir her, ist das Gegenteil. Komm hier nicht mit schlechten, äh, Vergleichen hier, Rehat. Ähm. Es kann immer mal sein, äh, anstoßen, dass vielleicht du oder auch der Ninja 7 oder so vielleicht irgendwann mal, äh, hierhin oder zu den jeweiligen Channels geradet worden sind und der hat dann wieder weiter geradet und der hat wieder weiter geradet, ne, und ihr wart halt einfach irgendwie, PC war an, ihr wart, ja, nicht da. Und, naja, ich sag mal, die wenigsten Leute, äh, da hab ich noch eine verwendet. Ah, okay. Die wenigsten Leute und einfach nur aus Safety-Gründen. Crivelo. Ähm. Gucken dann nach, okay, wohin wurde ich jetzt überall geradet oder so, ne? Ah, deswegen sind überall eher nicht so wie du, was? Ob ich nicht sind, wäre eher intern, ich guck mal. Oh. Arkt, arg schwach. Wir brauchen hier unbedingt Level 15, man. Wir machen, können, können keinen Gegner hier kennen. So, Terra-Onten. Uh, schwer zu sagen, ne? Also, es gibt sehr, sehr viele Speedruns, ne? Ähm. Die Truhe hab ich nicht. Also, in der Truhe ist ja nix drin, Gredia. Die ist wertlos. Ähm. Oh, wir machen keinen Amage. Halt, warte mal. Ja, äh. Wäre sinnvoll. Aber trotzdem reicht es nicht vom Schaden und reichen. Ähm. Ja, und vielen Dank hier. Oh. Nicht vergiftet werden. Äh, hier verwirrt werden. Jesus Gott im Moment. Ja, vielen Dank hier, der Ninja Seven. Für den, für den Gifted Sub hier. Erstmal hier, Subt und Verschenklingung. Und Subt. Vielen, vielen Dank, wirklich. Freut mich sehr. Und ich hoffe, der Top-Star-tainment freut sich auch. Über die, ne? Wie gesagt, besten Technik-Mode-Emots. In der Galaxie. Und jetzt, vielen Dank für ein Follow, Alter. Heute volles Programm vom Ninja Seven. Jetzt, jetzt eskaliert er komplett, ne? Jetzt eskaliert er einfach komplett. Und viel, vielen Dank, ey. Was ist das nächste? Gift Sub, 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 Follow. Vielleicht in Folgen und auf ein Gift Sub hoffen. Aber du hast auch ein Gift Sub schon. Anstoßen. Jo, ist bei einem Anima. Dann ist die Eskalation komplett. In drei Wochen voll hat man bei einem Gift Sub hohe Chancen Gift zu bekommen. Aha. Ist das, äh... Ich war... Vielleicht das einfach nur... Gott, ah, überall kriege ich mal Level 15 jetzt so langsam. Werde ich so langsam mal Level 15, damit ich irgendwie Damage mache. Und Andy for free, ja, vielen Dank für deinen Prime Gaming Sub. Zwei Monate schon. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott. Jetzt hauen die mich noch zusammen. Alter. Hallo. Das Spiel... Das Spiel crash gleich. Okay, wir verpissen uns hier lieber. Wir sind zu mächtig. Okay, weg da, weg da. Schöner Pauern. Kein Superspeed. Der Run ist tot. John kriegt... Wird die Punkte gewinnen. Kein Superspeed, kein Sieg. Oder Sub-Bombe oder Bit-Bombe. Ja, vielen, vielen Dank Andy for free für die zwei Monate. Ich wünsche auch dir den maximalsten, maximal Spaß mit den besten der Trenigma Emotes. Äh... Überall. Soll ich scheiße auf die halbe Sekunde hier. Ich will lieber Pause haben. Und vielen Dank an Nima, auch dir. Für dein Prime Gaming auch vier Monate. Vielen, vielen Dank, Minion. Nia Schokoli geht auf dich, aber weißt du was? Für Team 2 kann man hier noch... Äh, ich meine für Team 1. Was ist hier? 45, hm? Vielen Dank, Leute. Das ist ein Zaubertrank. Das garantiere ich euch. Das ist ein Zaubertrank. Also hast du einfach nur lächerlich... Äh, gute... Äh, ANG, Fulu. Ja, ach, komm. Ich muss aber auch sagen, ich habe heute fast gar nichts gegessen, ne? War vielleicht auch ein Fehler. Fall nicht rein. Also es wird schwer bei den kleinen Fläschchen. Das ist acht geschenkte Saps. Ich glaube, ich habe... Ich glaube, ich habe gerade drei. Jetzt klingelt es gerade, aber ich habe gesagt, sie können es hinstellen. Ich hoffe, mein Nachbar schaut jetzt hier nicht zu oder so und kriegt es mit und denken sie, okay, dann gehört das Paket mir. Aber geht nicht. Tut mir leid, Team 2. Das geht nicht. Das geht leider nicht, Minion. Aber wenn du dich einschleimen musst. Wo du den Mund weit aufmachen musst, meinst du? Wir brauchen noch Level Up. Komm schon. Wir brauchen Level Up. Das wäre sehr nice. Ach nein, ich wollte eigentlich das, ja. Vielleicht kriegen wir vom Ding. Ich hätte Level Up noch. Ich habe gute Chancen, dass wir beim Cadet wirklich ein Level Up bekommen. Oder hier. Auch gut. Willow wird Level 5 sein. So. Let's click that Run Play Games. Sorry, lessees. I don't time safe, if you will lose it. Aber was gut ist, in der Dark-Move-Cutline kann ich ganz schnell runtergehen und das Paket holen. Alles für Team 1. Alles für Team 1. Alles für Team 1. Das ist wohl mein Sohn. Da kommen dann Tenigma Anyperson. No Magic, No Slice, No Healing. No Items. Das ist schon irgendwann mal. Aber das wird... Das ist wirklich asozial. Ich meine, das hier ist schon asozial, glaubt mir. Aber noch eine Schippe drauf, das ist, äh, Jo. Ah, bad R&B, Leute. Ne, ne. Ich glaub, das ist relativ normal. Mit Level 15. Oh, ne, das ist nicht normal. Dead. Oh, dead. Mit 69 AP. So, Leute, ich guck nach meinem Päckchen. Ihr verhaltet euch unauffällig. Papa ist gleich wieder da. E, right back. Die, right back. Untertitelung des ZDF, 2020 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 schnauze grabstein ja aber jetzt kein team 1 also ist alles noch easy drin wirklich easy peasy lemon squeezy und wenn team zwei wirklich denkt die hätten schon gewonnen sind wirklich also liegen die sowas noch falsch aber vielleicht sogar damit mit level 18 kümmer vielleicht den dingen in den normalen raum ganz easy ja wirklich glaub mir unterschätzt das nicht team 2 fühlt sich jetzt sehr sicher ich weiß also keine ahnung ganz schön ganz schön kocki ganz schön kocki so eine kockiness muss bestraft werden so eine kockiness muss bestraft werden mit nem loose wir machen einfach jetzt hier so auch gut hier so und 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 mal abwarten schon mal abwarten das ist nicht vergessen das ist kein crowd control wo ihr mich bumsen können abwarten das ist kein crowd control so so Das war's für heute. Ich predigte immer noch, dass Team 2 verlieren wird. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin mir ganz sicher, aber ich bin mir schon relativ sicher, dass Team 2 verlieren wird. Relativ sicher. Harte Worte, ne, John? Na, ich muss leveln, wegen Bird und, äh... Aber freu dich nicht so früh, Team 2 wird pretty safe verlieren. Ich muss uns abspringen lassen, wie? Aha. Schnauze-Grabstein jetzt. Ich sag's nicht nochmal. Keine Sorge, es ist an anderen Stellen sehr viel Zeit eingeplant. Mal schauen, ob's so weit kommt, ne? Mal schauen, John. Ich sag immer noch, Team 2 wird verlieren. Auch wenn das jetzt hier schlecht aussieht, aber glaub mir. Ich glaub, Team 2 wird noch verlieren. Geht, Patrus. Kann man wirklich einen Klopfer verdienen. Dass wir Team 2 auch nicht retten. Vor der sicheren Niederlage. Vor der sicheren Niederlage. Da müssten es schon Wunderklopfer sein. Tausende, aber tausende von Klopfer, um mich zu stoppen. Das muss man jetzt beachten bei No Magic is No Magic und No Slice. Also kein Blitzstich. Deswegen pass mal auf, guck mal. Hier soll ich Zeit safen. Hier sollte ich Zeit safen. Hier sollte ich hoffentlich eine Menge Zeit safen. Da ist sehr viel Zeit eingeplant. Es ist schwer zu sagen, da könnte ich eine Menge Zeit safen. Kann aber auch Zeit verlieren. Da soll ich eine Menge Zeit safen. Da nicht. Da ist in zwei Minuten zu wenig. Aber jetzt schauen wir mal. Jetzt gucken wir mal. Ich würde jetzt Team Zeug keine Angst machen. Ich will jetzt nicht, dass ihr da zittert schon. Dagaia ist auch großzügig eingerechnet. Dagaia ist auch großzügig eingerechnet. Guck mal. 29 Minuten habe ich da eingerechnet. Ungefähr. Ich sage nur, ich muss ihn nur beim First Trail schaffen. Spare ich über 20 Minuten. Ich habe da dran gedacht. Deswegen. Ich weiß nicht, warum Team 2 sich so cocky ist. Ich meine, äh, Ding. Blattie Merkel. No joke. Blattie Merkel wird die größte Hürde im Spiel werden. Jetzt. Weil kein Slice und kein Magic, ne? Das wird Blattie Merkel, wenn ich an Blattie Merkel gut vorbeikomme, dann verliert Team 2. Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ich bei Blattie Merkel nicht gut vorbeikomme, dann gewinnt vielleicht Team 2. Aber ne, ne. Ist eigentlich eine sichere Sache, dass Team 2 verliert. Was geht an die Umsen? Äh, ich habe es rausgepatcht, ja. Weil es würde durch Massenmemory ständig passieren, aus Versehen, ne. Deswegen musste ich das wirklich rauspatchen. Was geht, Revelo? Du bist der Held, Revelo. Du rettest die Welt. Oder auch nicht. Also, nicht Revelo, der heißt Revelo. Aber das ist okay. Guck da. Revelo. Genau, Team 2, furchtlos. Team will einfach nur Spaß haben. Gibt es das Team? Ich? Ja, Wembo. Ich war das. Cool. Ich kann sogar ein bisschen rumtrollen, Leute. Ich kann sogar ein bisschen rumtrollen. Ich zeige euch gleich mal was Witz... Naja. So witzig ist es nicht. Ihr werdet jetzt nicht komplett eskalieren. Deswegen aber... Ähm. Einfach nur, wie faul die Entwickler sind, ne. Kann ich euch gleich mal zeigen. Bloody Merkel, geiler Name. Und das Schlimme ist, ich weiß genau welcher Boss gemeint ist, obwohl es ewig her ist, dass ich es gespielt habe. Im normalen Speedrun ist sie kein Problem, die Bloody Merkel. Da gehen die eineinhalb Minuten, ne. Wenn man fit ist mit dem Slice, also mit dem Blitzstich, dann ist sie kein Problem. Dann geht der Kampf eine Minute und dann ist sie tot, ne. Aber ohne Blitzstich sieht es ganz, ganz anders aus. Ganz, 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 ganz anders. Da ist es ein sehr, sehr schwerer Kampf. Aber durch Blitzstich hat man halt I-Frames... Muss einfach mal Technik mal Anyperson angucken. Äh, von mir. Und dann wirst du sehen, was ich mein. Ähm. Also jemand, der fit in dem Spiel ist, hat gegen Bloody Merkel im Speedrun gar keine Probleme. Nur halt, wenn man nichts leisten kann. Dann hat man massive Probleme. Ganz in Ordnung. Jo, ganz gut. Oh, verdammt. Die Welt wird untergehen. Äh, hallo? Du wirst die Welt retten? Ist doch logisch. Quattroster Bamboo. Wie läuft das bisher? Also ich bin bloß 10 Minuten, aber keine Sorge. Läuft, läuft immer noch gut. Das war ein geplanter Time-Loss. Ja, aber Magie ist auch hier nicht erlaubt, ne? Weder Blitzstich noch Magie, ne? Das wird halt jetzt die große Herausforderung, ne? Da freut sich der Mark schon, ne? He, he, he. Der Grind hat so lange gedauert. So Leute, jetzt zeig ich euch mal, wie lächerlich faul die Entwickler sind, okay? Achtung. Guck mal, hier. Seht ihr was auf dem Tisch? Wo sind die Gläser? Haben sie einfach nicht rausgepatcht, ne? Jetzt ist sie auf einmal da, ne? Wenn man nämlich Quattroster, wenn man hier das Ding betritt, ne? Dann sehen wir da so Gläser, wo er dir was für Trinken anbietet, ne? Aber die sind einfach, die entfernen einfach die Sprites, aber es ist halt nach wie vor da. Sehr krass, ne? Der, äh, der Arkt packt einfach sein, ne? Sein, äh, Flachmann aus, ne? He, he. Zeig noch mehr lustige Sachen. Das kostet. Das kostet. Für jede lustige Sache 5 Giftclubs. He, he. So könnte ich mit mir reden lassen, Team 2. He, he, he. Anstatt 29 Minuten bei Dagaia rum zu sterben, kannst du nicht lieber 20 Minuten oder so in, im Suas leveln. Nein, so, ich werde schon ein bisschen mehr leveln, aber... Schauen wir mal. So, dass ich nicht One-Shot bin bei Dagaia. Das ist einfach das Allerwichtigste. Dann habe ich gute Chancen. Äh, Dagaia First Rider schaffen. Der Arkt holt seine Lanze raus. Oh, Leute, schau, schau doch den Time-Safe hier an. Hat Team 2 wieder ein bisschen, äh, Kibi in der Hose. Ein bisschen Angst. Hat Team 2 da schon grad richtig Angst bekommen? Können sie sowas sehen hier? Nö. Hör-Kocki bleibt-Kocki. Hör-Kocki bleibt-Kocki. Na gut. Noch nicht. Baum, der Baum, na gut, der kann nur so viel zuschauen, weil er halt einfach da angewurzelt ist. Und nicht nur die, Megatron ja auch. Schon, schon 21 Tage hat die Fohle Eel überholt, ne? Und der John hat auch den Brain überholt. Bäume können sich leider nicht bewegen. Da an Stuhl sind, das ist leider eine traurige Zeit. Tut mir leid, tut mir leid. Hätte ich mehr von dir erwartet. Na, der Raid hat aber einen Bonus, der schon länger da ist. Das ist unfair quasi. Dient alles der Kontrolle. Bald ein Monat, ja? Das kann schon deine Mama verzählen. Die wird dann sagen, oh cool, ich bin auch schon ein Monat, habe auch schon eine Watchtank von einem Monat bei Sada. Wirklich, glaub mir. Gewinn. Gewinn. Die Mehrheit, die nicht dran glauben, ne? Die Mehrheit glaubt sogar nicht dran, ne? Ich meine, das ist ein lächerlich schwerer Run, ne? Muss man sagen. Aber... Das wird schon. Wo ist mein Level ab, mein verdammtes? Müssen wir hier ein paar extra Gegner killen, ja? Wenn ich safe mir hier doch keine Zeit. Wenn ich safe mir hier doch keine Zeit habe, dann hat er schon aber dann wirklich sehr viel Glück. Wie viel fehlt denn auf einem Level ab? Das kann nicht nur viel sein, Mann. Hallo? Hallo? Ah, ich habe gar keinen mehr, okay. Oh, fuck, da muss ich jetzt hier echt aufpassen, ne? Äh. Hahaha. Wieder mal unterwegs, viel Spaß noch. Jo, danke dir und mach dir auch viel Spaß, Raze. Die Merkel nimmt mich in die Zange, meins. Gut, hier ist doch kleiner Timeless, aber gleich kommt dicker Time-Safe. Nehmen wir nochmal einen Klopfer zur Beruhigung. Nein. Keinen Klopfer mehr. Ich habe genug Zaubersaft getrunken. Jeder weitere Zaubersaft würde was Negatives bewirken. Das ist okay. Hier kommt, hier lauert ein gewaltiger, fetter, riesen Time-Safe. Rabe-Hundis. Das sind Wölfe. Stellst du dir ein Timeless von 10 Minuten vor? Ne, ne. Hier nicht. Es könnte aber hier so ein Timeless von, wenn es gut läuft, 3, 4 Minuten. Ich muss mir überlegen. Mal vielleicht auch 5 Minuten wahrscheinlich nicht, aber so 4 Minuten könnte ich noch salven. Kein Klopfer. Ey, ich habe schon 3 Klopfer getrunken. Hallo? Schon 3 Stück, ja? Das sind schon 3 mehr als alle anderen und das ist schon die Hälfte, hier ein Drittel von dem, was Eddie Murphy, äh, ne, naja, verträgt. Du kannst dich ruhig zurückhalten, Rivelo. Aber, war mal, äh, heute gab es auf jeden Fall schon Diftsabs, aber ich habe 2 oder so. Da fühle ich gerade kein Protokoll, aber. Ich habe auf jeden Fall 100 Stück daheim. Also, naja, noch 97, sagen wir es mal so. 3 mehr als alle anderen. Ich habe schon 5 Klopfer getrunken. Ne, glaube ich sie nicht. Das glaube ich sie nicht, Marc. Sind es 2 gewesen. Okay, schon. Du willst ja mal... Der kommt so oder so. Glauben wir, also das letzte Woche, es hat nichts mit den Klopfern zu tun gehabt, sondern einfach, weil, äh, weil ich spontan so lang gestreamt hatte am Samstag. Das waren ja irgendwie 13 Stunden oder so. Und da war ich einfach sehr spät im Bett. Also, ich hatte 0 Kader, wirklich, nur, komm, 0. Ich war draußen bei, und ich war bei meinen Eltern draußen, dann ab 12 Uhr oder so. Also, das, wie gesagt, das letzte Mal, dass ich einen Kader hatte, also so einen richtigen Kader, ist bestimmt schon über 10 Jahre her. Aber, Revelo, weißt du, ich trinke gleich einen auf dich. Ich muss gerade mal gucken, welche Nummer. Die 78, die geht gleich auf dich, Revelo. War auch nur ein Schädel, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Manche Leute, weißt du, bei dir weiß ich das schon, aber manche Leute glauben das, ne? Die denken dann wirklich, oh, der war richtig Game Over oder so, ne? Also, manche Leute glauben das, das wirklich nicht. Deswegen will ich das nur nochmal klarstellen. Ich darf dann hier Gerüchte rumgehen von wegen, der war stinkbesoffen oder sowas in der Art. Und, ähm, weil das ist nicht der Fall gewesen, ne? War weder besoffen noch Kader. Ja, aber wir haben für die 4, ergiftet Sabs Minium, Revelo. Alter, 531 auf dem Schädel, sehe ich das richtig, 531. Weißt du was, Revelo, dafür kriegst du zwei. Revelo-Bonus. Er kriegt zwei Klopfer sogar. Weil der Revelo, obwohl er nicht mal Team 2 ist, hilft er dem Team 2, ne? Aber vielen Dank für die Gifte Sabs hier an den Osnir, an die Counter-Tussi, an Gworak. Klingt wie ein Pokémon. Äh, und Red Jane. Vielen, vielen Dank Minium. Moment, gleich in der ruhigen Minute, in der ruhigen Sekunde. Kriegst du sogar einen Doppeldecker. Ja, ausnahmsweise, ne? Boah, das war ein perfekter Zeitpunkt für den Level-Up. Trink ruhig jetzt. Ah, bist du dir doch nicht mehr so sicher, John, oder wie? Bist du dir nicht mehr so sicher, dass Team 1 gewinnen, äh, Team 2 gewinnen will? Was, vor fünf Jahren. Da hat unser Kader weil er immer die Nachbarskatzle durchgenommen hat. Wer mag, ey. Gleich gibt's einen Doppeldecker. Einen Triple-Decker hat man noch nie hier gesehen, aber das sind auch besondere, äh, Bedingungen. Von Anfang an sicher, ey. Was ein Cocky-Sack, ne? Äh, ich hätt mir Heilung holen sollen. Oh, Mann. Ich hätt mir unbedingt Heilung holen sollen. Ich glaub, die hab ich mit Magie gemacht gehabt, kann das sein? Komm, ich hol mir... Nein, das bin ich ein Luran. Okay, das wird kein großer Time-Safe. Ich war abgelenkt. Ich, ich wurde abgelenkt vom, vom John. Das ist seine Strat gewesen. Guck mal, wie unfair, ne? Ne, ne, so big ist er Timeless nicht. Ich muss eh Heilung kaufen. Ob ich das jetzt nach Ding mach, oder davor, ist egal. Ne, ich muss, ich... verliert jetzt im Prinzip nur diesen Weg hier. Das wird plus zwölf Minuten. Hm. Ich kauf mir eh... Ich... Vielleicht gibt's nen Doppeldenker und dann gibt's ne Ladung Knollen. Locker im Sack. Meinst du? Ey, wie... Wie sie sich so sicher sind, das ist richtig... Also, ihr werdet richtig auf die Schnauze fallen, Team 2. No joke, ihr werdet wirklich gewaltig auf die Schnauze fallen. Können hier gleich mal... Obwohl... Ich glaub, ich muss eh nochmal hier rein. Somit ich mir nicht immer eine neue Heilung kaufen muss. Was ich bei Bloody Merkel sterbe. Ach, und by the way, John, eine Sache, die du nicht bedacht hattest, vielleicht, mein Sohn. Moment. Pass auf, John. Das kostet zwar etwas Zeit, aber... Das ist okay. Der John hat das folgende Sache nicht bedacht. Wir werden hier wahrscheinlich wirklich keine Zeit leben. Das ist okay. 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 Hätte ich eben schon dran denken sollen. Aber ich würde es ein bisschen spannender machen, dass Team 2 auch wirklich eine Chance hat, ne? Dass Team 2 wirklich eine Chance hat, ja? So. Hm? Das war aber der. Team 2... Team 2 braunisch. Glaub mir. Moment. Ich muss jetzt vielleicht gucken, dass ich einen Doppeldecker endlich trinken kann. Bei der Cutscene dann wahrscheinlich. ... ... ... die meinst du meinst ist im moment am gewinnen klingt lächerlich wenn ich das sage aber es ist so team 1 ist aktuell am gewinnen ne 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 also kann er eh nicht mehr auflösen sobald er mitgemacht hat als mod kann man eh nicht auflösen ja der mark hat keine punkte gesetzt weil er richtig angst hat weil er richtig angst hat der mark er will eigentlich nur gegen mich setzen aber weiß ganz genau der wird es heim bringen und für mich setzen also hier belieben will er nicht deswegen kein team 1 gleich gibt es den doppeldecker höhere will da kann man fast da hat der bläbe ist gewahrt und 4 10 80 verlängern weil der bläbe ist wollte erwarten bis zum richtigen moment moment jetzt gibt es ein doppeldecker gleich höhere willow und vielen dank hier bläbe ist für den zehn monate aber hey wo ist der links liegt viel aber viel wie die zehn monate bläbe ist was läuft bei dir und weiterhin hast du die welt besten oder im universums die universums besten und wisst ihr was ich werde dann ich habe ja eben gesaved aber ich werde gleich den devorb nehmen dass ich falls ich bei bladdy merk ich sterbe wovon man mal ausgehen kann dass ich einmal sterben werde ich sofort reset button drücken kann und ne und dann sofort quasi neu starten kann sieht aber sieht immer noch nach einem timesale aus glaube ich overall bin mir nicht ganz sicher was läuft bei dir oh der bläbe ist der ist außer haus ah der links liegt die jesus war ein sympathischer kerle der hat die dinge der hat die pakete richtig ordentlich ausgeliefert dieser bläbe ist der macht auch okay aber nicht so wie der käfer nennen und da käfer dann kommt eh niemand dran aber macht zwei dreimal tut mir leid ich werde bei bladdy merken mein bestes leben ist okay ich würde eh damage nehmen also ich würde eh gleich sterben weil hier kein bohnenpin verwenden darf wie wenig damage machen die denn die nehmen wir mal mit ne bringt zwar nicht sehr viel aber immerhin etwas so jetzt müssen wir hier sterben weil zurücklaufen dauert länger duck hat igis rekord gebrochen richtig ja alter bläbe ist wird nicht den rekord von igi brechen oder jetzt der rekord von duck ich werde mich bemühen die pv zu toppen oh das ist sehr schön das ist sehr schön playbase aber du kannst es schaffen und btw leute ich habe den ding secret of evermore no magic run nochmal eingetragen ich glaube ich glaube in der ersten augustwoche habe ich den jetzt eingetragen quasi den ähm ding da kommt in der technik mal randomizer dran und danach secret of evermore no magic no magic aus fernes gründen natürlich ne ein charakter zum kotzen die deutsche synchro von king queen ist echt in seine gut patsch die challenge in duck havern zu besiegen da muss ich mir kommen gucken dass wir hier irgendwie noch ein streaming licht holen ist ein bisschen hier kein darkroom sein auch wenn man hier von euch darauf wahrscheinlich stehen aber bei dem ich hier die klima macht muss ich halt die rollläden komplett dicht machen damit die wirkung perfekt ist das ist auch noch schlecht aus der braucht verdienten eigenes licht der ich muss mal schauen so und jetzt geht der wahre spaß los so aber wir können uns bei ihr night und 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 Kann man sich nicht ausruhen. Ja, weil die ist reich. Vielleicht kann die da irgendwas machen, ne? Aber die Queen sind schon echt legendär, man. Die Queen sind so gut, ey. Der Arthur Spooner. So, Leute, jetzt geht's gleich los. Man sieht, oh, der Time-Safe. Dennoch. Na, zittert Team 2 schon. Na. Trotzdem über eine Minute. Jetzt muss ich hier nur den richtigen Winkel finden. Hier, so müssen's... Go, Merke. Go, Merke. Die Scheisse sind hier. Oh du Wichser, ach komm man Oh du Wichser, ach komm man Oh komm alter Maskenpattern ist hier leider das schlimmste was passieren kann Ach komm Da müssen wir wirklich ausharren Ach komm, schon wieder Das war unfair Weiter oben Weiter oben Nein, noch ein Maskenpattern, komm Okay, wir gehen Hier rein, nimm jetzt nur so eine Komm, da war ich nichts weiter oben TP, TP Oh komm, wirklich noch mal Ah, da können wir leider auch nichts machen Reinspringen, da kriegen wir nur sonst damage Ach komm TP, man Sonst gibt es mir unzählige Runs Mit TP Was war das für ein Blanzer Nach drüben Ich glaube ich bin kein Weinigibus Ich glaube ich bin kein Weinigibus Da kann ich nichts machen Was geht zu schauen, wenn du nur noch 15 Das wäre kein guter Spot. Ja, die Wurst HNG auf Deutsch ist sie wieder, Leute. Ich bin jetzt am besten Maskenspam 10 Minuten lang. Ich mache da wirklich noch eine Maske. Da, weil wir jetzt nicht sterben müssen, ist wichtig. Sie macht noch eines, das gibt es doch nicht. In any person nie drei Masken in Folge, aber jetzt in der Kategorie, wo Masken schlecht sind, nur Masken. Komm schon. Danke. Ach, das ist auch nicht gut, weil jetzt kann sie danach einfach eine Maske machen. Dann, das ist, weil sie wird wieder zu ihrem Ursprungspunkt zurückgehen, also das Triangle hier. Keine Maske bitte, TP. Oh mein Gott. Das ist Pech, Leute. Das auch. Das ist die letzte, jetzt habe ich nur noch die da, ey. Bitte jetzt da, verpiss dich da. Schon wieder, das ist doch unfassbar. Hier kann man so eine schlechte RNG haben wie ich. Dann, jetzt überlegt euch mal, nicht nur No Slice, No Magic, sondern auch noch No Healing. Jetzt überlegt euch mal den Kampf dann, was das heißen würde. Kannst du da jetzt mal sich verpissen? Danke, ey. Nee, schon wieder. Ach, Mann. What's on you of Twitch, ey. Jetzt koste die Minuten lang stehe die da oben, ey. Ich kann sie da mal einen TP wieder machen. Und wieder eine Maske. Nee. Danke. Danke. Ja, klar. Ich kann's ehrlich, die AP ist mehr auch zu scary jetzt. Dann nehmen wir lieber eine, aber müssen wir hier in dem Menu machen. Ich muss warten, bis sie tippet. Oder wieder die Maske machen. Ich habe noch nicht den richtigen Spot gefunden. P.P. Hat jemand mitgezählt? Ach komm. Nein, Gott. Ach je. Rewards aren't you of Twitch, weil sie nur Masken macht. Weißt du, in der normalen Kategorie wünscht man sich Masken. Wie oft bin ich hingekommen, dass sie nur Masken gemacht hat? Nie, glaube ich. Ja, tut mir leid. Du hast meine ANG halt mit reingerechnet. Aber wenn ich, wenn sie einfach mal, wie, schon alleine sie hier oben gekämmt hat. Eine halbe Stunde. Was possible ANG einfach. Was will man machen, Leute? Wenn ich Durchschnitts-ANG hätte, wäre sie schon längst tot gewesen. Also, da sie zehnmal Maske da oben gemacht hat. Ich habe fünf oder sechs Masken waren es da oben. Einfach ein Witz. Denkt an Dagaia. Denkt an Dagaia. Was geht, Buddycock? Das war halt wieder echt ein Witz, was sie gemacht hat. Sorry, aber das war echt ein Witz. Ich kam schon so oft zu InNoWordsOfPace, ne? Und da kommen vier TPs in Folge. Und hier will ich jetzt mal TPs kommen. Es kommen fast nur Masken. Es ist einfach... Unglaublich einfach. Und was geht, Climax One? Es ist einfach unglaublich. Was geht, Lukas? Aber... Leider mit Abstand die schlechteste ANG da... Aber, wie gesagt, bei Dagaia ist immer noch... Dicker, dicker Time-Safe bei Dagaia. Und was geht, Liquid Tokyo? Vielen Dank, wie die 100 Bits. Und was geht, Weekend? Aber ich muss hier wirklich... mir eine Queue suchen. Aber, viel Dank, wie die 100 Bits, das flüssige Tokio. Okay, so geht es nicht. Zählt jemanden Damage mit mal? Ich wollte gerade sagen, es ist schon wieder Triangle. Wie kann man dann immer so Pech haben? Was geht, Aghani? Bisschen weniger als 400. 491 Bits... Oder so waren es. Das war's für heute. Ich gebe noch nicht auf. Verdammt gefährlich, ja? Und dann gibt es noch etwas, wo man toppen kann. Mit, äh, no Slice, no Magic und no Healing. Aber das ist, äh, ein fernes Bitgoal. Ein sehr fernes Bitgoal, glaube ich. Jetzt, wait. Oh, komm. Hey, komm mal. Habe ich da jetzt gerade eine Knolle eben verschwendet? Oh, Mann, ey. Oh, der Eddy. Der Besowski Eddy. Ich habe schon fast eine Kinderklopferpackung getrunken. Und ich stehe noch, ne? Ach, Mann. Komm. Wo sind die CPs, Mann? Oh, das trifft mich. Noch nicht. Okay, das war es sehr weit unten. Ach, das trifft Andy Murphy. Okay. Leute, ich brauche eure Energy, Mann. Team 1, ich brauche eure Energy. Kann ich jetzt mal aufhören mit den scheiß Masken die ganze Zeit. Ach ja, genau. Ich brauche es, aber nicht. Ich brauche es aber nicht. Junge Vater Ach mein Gott Beweg dich du Spass Es ist gut Am besten hier so an der Stelle bleiben Damit das Triangle nicht weit travel muss Gleich Ah ne Das will ich nicht anwählen Aber alles noch drin Alles noch drin Hm Spannender Kampf. Sovie kann sie nicht mehr haben, Leute. Sovie kann sie nicht mehr haben. Sovie kann sie nicht mehr haben. Das ist doch so unfair wieder, die ANG. Sovie kann sie nicht mehr haben. Ey, was ist das für eine Troll-AMG wieder? Ja, komm, Mann. Jetzt langt's doch. Kann ich auch nicht hin. Kann ich hin. Das war's für heute. Aber alles ist noch drin Team 1, glaubt ne, an alle Believer, das ist noch nicht over. Es ist noch nicht over, ne, es ist der 2nd try, ich bin leider einmal gestorben. Es ist over, ne, es ist nicht over, vertraut mir, ich würde nicht sagen, wenn es nicht stimmt. Oh mein Gott. Krass, wenn er nach vorne geht mit dem Step. Komm, TP. Oh mein Gott, ey. So wenig TPs, Mann. Was geht der Grover, mein Sohn? So wenig TP. Sonst will man sie nie und kriegt sie immer, jetzt will ich sie und ich kriege sie nie. Gott sei Dank, Mann. Weg damit. Oh boy. So, jetzt hab ich euch wieder Zeit. Was geht, Gucki? Alles noch drin. Es hat wohl ein bisschen Schiss, ne? Weil, hier lauert TimeSafe. Da lauert TimeSafe. Äh, hier lauert TimeSafe. Da lauert, ne, doch nicht. Da lauert TimeSafe, ne? So. Sehr cool. Tja. Pech gehabt, mein Sohn. Was geht? Nerf. Was war bei dir, alter Grover, mein Junge? Und was war beim Gucki? Oh, ich hab, ich hab nicht gesplittet. Oh, actually. Ach, komm, whatever. Ich hab nicht gesplittet. Ah, der Gucki ist wieder da, Leute. Yay. Yay. Ja, da trin' ich ja schon fast freiwillig einen Klopfer beim Gucki. Was läuft bei dir, Nerf? Und der Grover? Und bei dir, Gucki? Und beim Eddy Mervy? Der Eddy, ich bist aus dem Koma aufgewacht, ja? Aus dem Klopferkoma. Not bad. Aber du bist es ja schon gewohnt, ins Koma zu fallen, ne? Ich mag Gucki einfach. Ich mag Gucki einfach, ja. Leute, denkt dran. Bei 1800, da gibt es so'n, äh, Teranigma Double Tap Run. Ich überlege, ob ich den noch bisschen verschärfe. Und zwar, Teranigma Double Tap, no slice. Habe ich überlegt. Das könnte richtig ekel werden. Das klingt doch witzig, oder? Was geht? Nein! Das wurde toll, auch gut. Oh, ja, dass du so noch gewohnt hast? Oh, ja, das war. Hab ich euch wieder? Ich verletzte, was geht damit. Oh, das war? Der Kramp-Aber Month wird schon einig. Oh, ja? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja? Und dann mal geht's auf ehemann. Oh, ja, das war mir. Und dann hätte ich, was? ja noch sehr warm aber ansonsten alles gut das stimmt ja also leute ich habe gerade das nächste sabco ein bisschen verschärft aber nur weil ich auf den geschmack gekommen bin double tab only und no slice klingt nicht wirklich überzeugen satox findest du ja aber was hast du noch zu tun eddie murphy noch mal so gucky es gibt ein bitcoil was nur slice no magic no heal ist oder no items das gibt es ja aber double tab ohne dass man nur damit noch sei es schlafen lassen also noch zu wenig klopfer motiviere ihn lieber mehr klopfer zu trinken wo auch wenn ich hier auf die aus büren schaue ja kann ich mal sehr beliebt in deutschland ein jahr eines boxen kaufen also sondern eine freundin für dich erledigt oder was weil du warst doch im koma oder du alter schwertfisch aber irgendwann kommt da wirklich die härte gucki mit double tab no slice no magic no bulbs chris spiel und die oder so können wir weiter verschärfen aber wir müssen jetzt erst mal gucken wie das mit no heal dann ist aber bis zu dem no heal dauert es sowieso noch sehr lange brauche ich vielleicht auch die ruhe brauche ich doch wissen die ruhe bei ebay gibt es einige händler die passen boxen für alles was du brauchst und wenn ich muss kurz in kufen wo ich vergesse immer gleich hier hier vor 20 noch anderes abgiften wieso mini boy kommen sie da drauf wo jetzt eure meme wird langsam unlustig welches meme welches meme der mage also hier sollte ein fetter timesafe kommen ein dicker fetter timesafe wir waren ja bei bloody merkel plus 14 minuten glaube ich ne plus 13 plus 14 irgendwie sowas oh die mochino ist da wie viel klopper hast du schon getrunken mochino oh du 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 www du du wach 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 geht leider nicht und ja das geht mingi boy dick und fett und sagt ja was soll bei dir bochino alter radler verdünner wer verdünnt halt sehr gerne radler der mark und trinkt das land und ist eine woche hat eine woche kater da ich kann ja nicht schleißen meine fresse weil die lernen ich endlich ich werde das sicherlich nicht überwachen wann irgendein sub ausläuft mingi boy wenn der exakt dann da ist dann kann ich das machen aber ich werde sicherlich nicht ein paar wochen lang schauen tut mir sorry wie glaube ich jetzt aber also die freunde du hast alles erledigt für heute bist du erledigt ich finde nur verdünntes radler weil ich gemerkt habe dass wir uns radler doch etwas starkes mag nicht jeder so ein krasser hund wie du nicht jeder kann so ein krasser hund sein wie andere die verdünntes radler vertragen deswegen harte und es geht mir wieder vielen dank für den gifted subs äh für den gifted sub was richtig aber ja grundsätzlich für die momenten also es waren jetzt neun oder neun aber vielen dank für die 250 gifted subs in total möbel also möbel schon so oft hier rüber griff über den stream geflogen hat paar subs raus geschissen weiß was möge Dafür geht der nächste hier auf dich möge Nummer 86 Er geht gleich auf dich ein ehrenmöhl das war time safe 2-3 minuten oder so ich hoffe jetzt hat team 2 wieder richtig angst ich werde leider in great lakes und auch beim big fish bisschen zeit verlieren aber in great lakes sollten es wahrscheinlich 3-4 minuten sein das ist aber völlig okay Mingy boy was willst du jetzt hier stress machen oder männschers kinder gibt dem klopferten sorgsatz er hat noch keinen gedrungen was noch nicht genug gedrungen ich habe das nummer 6 habe nur gerade gesehen dass du die ganzen pflicht für diesen chat nicht erfüllt wenn du lanze leihen nach zwei verdünnten radlern liege ich schon im koma Möwe errenmöwe richtig dann kannst du auch gehen Möwe äh Mingy boy Möwe aber trotzdem viele lang Möwe ja und Möwe M M, ne M möwe bleibt hier Das ist eine richtige Legende. Was geht, Noob? Mö, wird einfach zu nett für die Welt. Mochino, du Knusperkekst. Was läuft, Noob? Das macht der Run. Im Moment ist Team 2 am Führen. Aber, macht dir keine Sorge, Team 1 hat noch easy die Chance auf den Sieg. Das klingt nach Troll, wenn man mehr Minuten behind ist, aber glaubt mir. Team 2 denkt wirklich, es ist 100% safe. Ich kann es nur noch mal durchgehen. Das wird Timeless werden und das wird auch Timeless werden, aber danach kommen richtig fette Timesaves. Glaubt mir. Also größtenteils. Nicht überall, nicht überall, aber größtenteils. Das estimate 4 Stunden 40. Dann tschau, Miniboy. Adieu, endlich. Minion. Auf. Äh, was auch immer. Vielleicht flieg da auch weg, Möwe. Oh, der Blubsi. Ein ganz gefährlicher. Moin. Ja, danke für die 100 Bits, Minion. Vielleicht hat er auch Flügel bekommen, Möwe. Durch dich. Alter, das Pumpen läuft ziemlich schlecht. Kniffligste Stelle, ähm, Bloody Merkel. Da bin ich leider auch einmal gestorben. Ähm, das ist jetzt wirklich blöd hier actually. Hier verlieren wir actually eine Menge Zeit. Aber wir brauchen, eigentlich brauchen wir ein Ding. Ah, shit. Blubsi hab ich schon gehört, es gibt schon das nächste coole Goal, was meinen Kopf betrifft. Ähm, und das ist, äh, Ding. Ah, komm. Es geht jetzt um blondierte Haare, ne? Blondierte Haare. Äh, das ist noch nicht dort eingetragen, ne? Aber es wird jetzt sehr viel drüber geredet. Äh, ne, ne. Slice ist nicht die Rutschattacke. Slice ist, äh, der Blitzstich, ne? Also quasi nur rennen und Attack. Rennen und Attack. Das macht dich quasi unverwundbar. Ähm, für eine Weile. Also, für einen großzügigen, äh, großzügiges Zeichfenster, sagen wir es mal so. Ähm. Wenn man gar keine hat. Äh, noch habe ich die Haare, oder? Noch habe ich keine Glatze. Oh, junger Vater. Noch habe ich keine Glatze. Was geht, Toni? So einen tonlosen Arbeitslog. Oh. Hm. Samstags arbeiten, das tut mir leid. Was? Man muss die Fische nicht killen, aber ich hätte gerne noch... Uh. Level 21, damit ich... Äh. Level 21, damit ich, äh, Ding... Eigentlich sollte ich kurz vor Level 21 sein. Ähm. Damit ich Ding... Äh, what? Well. Mehr Damage mach beim Big Fish. Noch keine Glatze... Ne, ne, es gibt da ein Bitgoal, oder? Ach, komm. Bitgoal und Subgoal für die Glatze. Ah, hier werde ich schon einiges verlieren. Ich dachte nicht, dass mir so viel XP fehlt, to be honest. Ähm. Ehm. Ehm. Was geht, Neulin? Was geht, Neulin? Zwei Tage vor, es war schon die Glatze. Rede nicht so... Rede nicht so einen Scheiß ein. Oh mein Gott. Ich scheiß jetzt drauf, ganz ehrlich. Oh mein Gott. Ich scheiß jetzt drauf, ganz ehrlich. Aber... Aber, ne, eigentlich... Sonst hätte ich jetzt halt 40 Damage oder so gemacht, ne? Statt nur Ding. Aber, ne, das hat sich nicht gelohnt, das Level, ne? Wenn er sich durchziehen muss, aber... Das ist der schönste Mann auf dieser Welt. Oh, die Welt ist aber sehr groß. Kann eigentlich nicht sein. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so ist. Aber danke, Klatschkopf, für die 100 Bits. Oh, das sucked. come on ja, springen dann und dann gewinnt nochmal für die 100 Bits ach komm jetzt wilder Name alles für die Klatze alles für den Club ne, ne, ne also hier blondieren ach komm, das ist so beschissen blondieren gibt es noch gar kein Goal aber die Leute verlangen es auf jeden Fall die Leute verlangen es so, jetzt darf ich hier auch kein Bonepin rausverwenden Google Cosplay es gibt ein A Cosplay aber da habe ich noch da habe ich noch nichts mir ausgedacht ja, die Kopfhaare, du Eierkopf-Gookie dieser Gookie Kopfhaare werden äh blondiert, aber wie gesagt mal schauen ist noch nicht drin Klatze ist im Fokus bei vielen Google Cosplay ein A Cosplay aber das ist wirklich noch nicht festgelegt wie, was, wo, ne Ah, Cosplay Dorfältester Cosplay da, geil Cosplay mit Flügel und so, ne kann ich mich einmal wie die Möwe fühlen mit Flügeln so, jetzt hier werden wir auf jeden Fall Zeit verlieren weil, äh, hier ist nur Endergrade Lakes aber ich muss hier noch leveln das macht aber nichts ist, ist alles noch drin no joke ist alles noch drin manche glauben mir jetzt nicht, ne aber das ist wirklich noch alles drin was ist alles noch drin Megatron ja, das ist alle, ja wirklich ich werde jetzt hier ein bisschen mehr leveln gleich ich werde hier gleich ein bisschen mehr leveln dadurch werde ich wahrscheinlich so ungefähr drei Minuten verlieren hier drei bis vier Minuten aber, wie gesagt Dagaia first try so 20 Minuten mal timesave, ne und es gibt noch andere timesave, meine Söhne by the way, Leute nächste Woche, ne nächstes Wochenende ist was äh, geplant und zwar Battletoads Turbo Tunnel Blindfolded, ne ich werde die Woche üben, ne kommende Woche wird hart werden und am Sonntag ist das große Surprise ich bin schon gespannt am Sonntag ist das große Surprise ich kann euch nur empfehlen bleibt auf jeden ihr müsst auf jeden Fall äh äh Dingen da dabei sein wenn ihr das verpasst das so Bryce, ne dann werde ich nicht mehr glücklich werden im Leben das ist untertrieben aber ist so da kommt etwas damit hat keiner gerechnet damit hat gerade auch keiner gerechnet muss ich ja einen Slide machen oder was Slice geht ja nicht verdammt danke na ich gebe keine Tipps ich verrate nichts ah jo was geht die Videogamingerfehlung für die acht Monate schon willkommen zurück und ich wünsche dir den maximalsten maximal Spaß mit den besten äh Terra Emotes in der Galaxie ach guck mal wie wenig gefehlt hat ey komm aber wir werden wahrscheinlich bis Level mal gucken werden wir hier weiter leveln oder ich glaube wir werden hier leveln deswegen hier werden wir ein bisschen Zeit verlieren weil hier ist Leveln gar nicht einkalkuliert aber wir machen bis 25 wahrscheinlich ne ne Barbie Supermodel wie Aircrime das wird ein Meme Goal werden aber ich werde nicht verraten was dann zu Bryce kommen wird ihr könnt gerne raten ich werde nicht sagen ja nein lasst euch überraschen das wird ich werde nicht ich werde nicht die ich werde nicht die und die in in die in Ich muss jetzt mal gucken, bevor ich so ein Meme-Gorrel aufstelle, muss ich jetzt mal gucken, wie krass der Barbie-Supermodel-WR wäre. Nicht, dass das ein hochoptimiertes Game ist. Das hat bestimmt jemand gemacht, würde ich sagen. Wir öffnen zusammen. Das wäre ein 7500 Euro Fulu. Eigentlich könnte ich da machen, nicht innerhalb von 15 Minuten, innerhalb von einem Stream. Könnte ich eigentlich nicht abändern. Weil, ne? Das wäre eh schon insane genug. Aber das wäre schon krass. Und was geht MJ? Wie geht es jetzt? Du kommst hier genau richtig zum Training. Mal Challenge Run. No Slice, no Magic. Aber wir müssen hier unbedingt bis 25 leveln. Scam, hä, was? Das ist doch mehr fairer für euch. Fulu. Es geht, Bunkel. Äh, das kommt nächste Woche Sonntag. Fair ist nur über den ganzen Stream. Naja, ich sag mal so. Es war bisher immer geplant. Oder in den Meme-Goals steht es drin für, ähm, innerhalb von 15 Minuten. Aber für den ganzen Stream ist eigentlich auch okay. Also ist es wohl ziemlich optimiert für, äh, Guki. Dann wohl doch nur, äh, Barbie-Supermodel-Speedrun. Danke mir. Aber, ich muss dich enttäuschen, Fulu. Auch 7.500 Euro in einem Stream ist jetzt nicht sehr, äh, realistisch. Also, Nations. Sauna-Termin. Jo, dann, viel Spaß. Grüße an, an den Fisch und an die Lade. Verbrennt euch nicht. Vor allen Dingen Sauna bei dem Wetter spinnt ja eigentlich, aber, äh, viel Spaß. Wie gesagt, 7.500 ist schon, also, das ist ja, da können 7.500 Leute donaten. Weil, 7.500. Da können so viele Leute, ne, im Prinzip 1.500 Leute in einem Stream, 1 Euro, das würde die Zwiebel bedeuten, ne. Das wäre, äh, würde mein Untergang bedeuten, actually. Aber. Sollten wir so noch ein Level machen? Das geht so zwei Minuten, ungefähr. Aber das ist okay. Glaubt mir, Leute, das ist okay. Vertraut mir. Team 1, vertraut ihr mir? In 15 Minuten ist es aber auch fair. Guck mal, der Revelo, ne. Fairer Mann. Soll über einen Zufall zusammenkommen, wenn überhaupt. Ja, richtig, ne. Meme-Ghosts sind ja immer so, ne. So, das sind so, mit Absicht, lächerliche Goals, ne. Aber ich sag mal so, bei, äh, innerhalb von 15 Minuten, das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, weil, äh, ich sag mal, jetzt nehmen wir mal an, wirklich, 7.500 Leute würden 1 Euro donaten. Ich glaub, das würde länger dauern als 15 Minuten, bis die Alerts durchkommen, ne. Wenn wir jetzt mal so drüber nachdenken. Aber auch sehr unwahrscheinlich, dass 7.500 Leute 1 Euro donaten. So, ich verabschiede mich jetzt auch. Es war schön mit euch. Es war schön mit dir, Möwe. Ich wünsche dir einen schönen Samstag. Ich hoffe, du genießt die Sonne. Kühl dich ein bisschen ab. Mach, mach dir einen geilen Tag. Und ich gebe mein Bestes. Wie ich sehe, bist du Team 1, einem Lieber. Ich gebe mein Bestes. Ich komme irgendwann wieder, keine Frage. Bist du Pink Panther? Aber schön, dass du da warst, Möwe. Wie immer. Du bist Team 3, Eddie. Oh, Lel. Okay. Oh, und jetzt soll ich Toy Run. Uf, Puzzle, Leute. Jetzt kommt ein guter Time-Sale. Ich gehe jetzt im JGA von meinem besten Kumpel. Junggesellenabschied. Und lass mir das Essen schmecken. Und nach... Oh, perfekt, Mann. Kress dich voll und sauf dich voll. Viel Spaß. Junggesellenabschied ist immer geil. Nachschi, nachschi. Von diesen lächerlichen Goals wurden aber... ...freulicherweise schon eine Menge erreicht. Ja gut, aber nur die, die... Ich sag mal... ...swar schon sehr lächerlich sind, ne? Aber... ...ne? Die wirklich lächerlichen... ...die wurden halt noch nicht erreicht, ne? Aber... ...zurecht. Logisch, ne? Und... Oh, guck doch mal den Time-Safe hier an, Leute. ...deiner. Mir schloddern die Knie. Ja... ...sollten sie auch an deiner Stelle. Ich weiß gerade nicht, was ich hier... ...ob ich hier Time-Gain werde oder verlieren werde. Bin ich mir actually gerade gar nicht so sicher. Ähm... Ich glaube, ich verliere sogar eine Minute. Aber das ist sechs... Nicht sechs Minuten lang das Bild normalerweise. Macht aber nichts. Aber wenn... ...wenn es am Ende doch noch klappt, John... ...dann... ...dann... ...ne? Dann wärst du schon sehr überrascht, ja? Mal schauen... ...ob ich das Wunder vollbringen kann. Ah ja, Feiergut, Möwe. Streit's die Flügel aus. Ich hoffe, hier verlieren wir auch eine Minute 20 rum. Das ist okay. Bei Dragoon Castle sollten wir eine Minute saven. Nicht die Bertic. Wie ist das, Mann, Marc? Ähm... 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 Schlagern anfang. Wer weiß... Vielleicht ist er... Vielleicht ist er jetzt an einem besseren Ort. True... Ups... Ups... Mach es gut, mein Sohn, Möwe. Minion. Der darf heute ordentlich feiern, ne? Wir? Ups... Aber ich gönne es ihm. Er hat sich ja nicht von mir verabschiedet. Er hat sich ja bei euch verabschiedet. Er hat nie gesagt, Xardocs macht's gut. Genau, das war... Ich weiß auch nicht. Der mag wohl den Stream nicht mehr. Und, äh... Das ist auch okay, ne? Also... Mein... Ich sag mal... Ich muss ganz ehrlich sagen. Die letzten Male, als Miniboy vorbeikam, hat er immer nur reingedrollt. Also, Bös-Adi reingedrollt. Und böse Sachen geschrieben. Die letzten fünf, sechs Male. Äh... Deswegen... Ich sag mal so, der Stream ist ohne ihn besser. Auf... Ich sag mal, auf solche Viewer kann man verzichten. Deswegen... Twitch ist groß, ne, Leute? Ein großer Spielplatz-Twitch, ne? Deswegen... Geht dahin, wo es euch gefällt. Ja, ich sag mal so, ich war auch schon bei vielen Streams, wo ich halt eine Weile zugeschaut hab. Und dann irgendwas hat mir dann nicht mehr gefallen. Oder sagen wir mal ganz... Ganz ehrlich. Der hat dann irgendwie auf einmal... Es gab auch schon so Beispiele bei Streamern. Die haben Retrospeedions gemacht. Monatelang. Und auf einmal, von heute auf morgen, hat der Typ dann nur WoW gespielt. Ich hab WoW, by the way, noch nie gespielt. Den hab ich dann halt irgendwann mal entfolgt, ne? Na, ist halt... Ist ja okay, ne? Interessen ändern sich. Deswegen... Wer weiß, ich werde ja auch irgendwann mal nur noch WoW spielen, Leute. Werde ich irgendwann kein Terra-Enigma-Spiel mehr machen? Nur noch WoW? Ach, guck, ich hab gewusst, hier verlieren wir eine Minute. Sag ja, das war irgendwie sechs Minuten, irgendwas eigentlich. Ich sag ja, vielleicht... Vielleicht werde ich irgendwann einen Schlaganfall haben, Noob, und dann erhole ich mich vom Schlaganfall und sag... Boah, jetzt nur noch WoW. Forever. Geht auch die Hälfte? Äh, ne, ne, da ist... Da sind alle glücklich, wenn ich kein Evermore, äh, mach. Hier ist das, was? Sind alle happy, wenn ich kein Evermore mach. Ne, und das hat klar. Hey, Willu, du musst dich beeilen. Aber wir sind gut im Zeitmanagement. Auch wenn da bloß 80 Minuten steht. Glaubt mir, Leute, wir sind im... Wir haben ein gutes Zeitmanagement hier. Vertraut mir. Weil wenn jetzt hier alles normal läuft, sag ich mal über eine Minute. Hm. Megatron darf halt nichts passieren. Da hilft nur ein zweiter Schlaganfall. Nur noch Terra. Ich glaub, die meisten werden hier am glücklichsten, wenn ich nur noch Terra mach. Nur noch 5 Speedrun. Nur noch Terra Enigma Speedruns. Da würden sehr... Wären sehr viele Leute sehr glücklich, aber manche wären halt auch nicht sehr glücklich. Nur noch Terra Enigma No Reset Runs. Mein Leben lang. Terra Enigma No Reset Runs. Jeder Stream ist ein No Reset Run. Man kommt eigentlich Alfred Chicken. Hast du das doch so schön angeteasert. Alfred Chicken Speedrun. Das ist... Meme-würdig, ne? Wenn man so will, ne? Das ist actually meme-würdig, ne? Alfred Chicken, äh... WR. Auf dem SNES. Lass man schon sagen. Robo-Dreck? Pfff. Ich weiß ja nicht. Robo-Dreck? Ich meine, hi. Ja, was geht der? Robo-Dreck, das ist auch ein... Können wir auch ein Meme machen, aber ich... Ganz ehrlich, das will keiner. Ich glaub, das will wirklich keiner, Robo-Dreck. Höchstens, um mich wirklich zu quälen. Bei Alfred Chicken hab ich einen Konkurrenten. Muss also gut sein. Segmented Speedruns von Merkel eine Woche lang. Nein. Nee, nee. M-m. Tut mir leid. Der Königs Speedrun-Mahaton. Das sind hier... 1, 2, Soulblazer, IOG und Terra, ne? Überall, wo es um den Master geht, quasi, ne? Der Ark ist ja der Master. Will ist der Master. Also, das wäre ja... Quindle Speedrun auch, was weiß ich, haben die auch noch Games auf dem Playstation und so, ne? Das wäre ja unendlich lang, recht auf dem Game Boy. Tut mir leid. Jetzt kommt... Oh, oh. Ich hoffe, das geht noch. Okay. Und die Ware ist eh immer klein. Tut mir leid. Ark ist der Master. Ach, der ist sowieso nur neidisch, weil du nicht der Master bist, ja? Jetzt kommt der Frust wieder raus, weil du nicht der Master bist. 13 Spiele, echt? Ich hätte gedacht, mehr. Hm. Um ehrlich zu sein. Es geht, Punky. Lufia. Nur noch Fatal Fury. Nein. Terra, Kapitel 1 Run. Seht ihr doch immer bei... bei... bei den Grimes. Aber ja, wir... wir schauen mal, ne? Wir gucken mal, ne? Von 2002... Seit 2002. Oh, okay. Alles super und safe. Auch, ja. Wir sind hier in dem Run, der immer noch die unter 440 kriegen kann. Team 2 fühlt sich sehr safe, aber das ist halt... lachhaft. Ich muss... im Prinzip muss ich nur da Gaia First Strike schaffen. Aber ja, bei dir ist das super? Das freut mich. Ich muss gerade mal durch die Splits durchgehen. I'm safe hier. Sollen wir 6 Minuten? Ist auch normal 5 Minuten rum. Time safe. Na gut, ich level vielleicht ein bisschen. Time safe. Kein time safe. Dicker time safe. Jo und jo, Milch. Ja. Nee, Milch. Vielen Dank für den Follow. Willkommen. Timesafe klingt immer gut. Sehr dick, sagt er. Ja, sehr dick. Ich muss wie gesagt da Gaia nur First Strike schaffen und alles ist fein. Ich tryharde sehr hart. Für Team 1. Ich tue es für Team 1. Auch wenn einige von euch gar nicht Team 1 sind. Weil sie vielleicht die Chance verpasst haben. Was aber okay ist. Aber für Team 1. Tue es. Ich versuch's. Was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Rass wird schon aus So und jetzt einzige Gefahr hier Softlock Also nicht Softlock Das ist ein Geheimtipp Bei mir ist es hier im Schrank Das Lösungsbuch Das war nicht im besten Zustand Da ist eine lose Seite und so Aber es ist vollständig Oh, das sollten jetzt so Eine Minute und Ungefähr eine Minute 27 oder so Timesafe werden Puh, John Aber ich weiß nicht genau Wie der Berugas Lab Timesafe ist Also ich muss Megatron First Strike schaffen Aber ich muss auch Ein bisschen leveln Ich level wahrscheinlich In Neotokio einfach Ein bisschen kurz Aber Megatron wird Ein Problem Den muss ich irgendwie Gut hinkriegen Lass mal überlegen Hätte ich hier die Waffe holen können Die hätte Megatron Richtig mittelweich geprügelt 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 Hm, mal schauen. Vielleicht gar keinen Cookie. Viele hoffentlich. Der Weebo, der ist im Team 2. Der ist im Team Glatze, Team Leiden, Team langsam. Der ist einfach überall, der Weebo. Aber ihr wisst nicht, mit wem ihr es hier zu tun habt. Das hier ist kein gewöhnlicher Held. Es ist Arc, äh, es ist Revello, sorry. Es ist Revello. Was meint ihr, wie er den, äh, den Ding verkloppen wird, ne? Den, ähm, Megatron. Und in der Gaia, logischerweise. Nur im Team Ölscheich bist du nicht. Da ist es schwer, da reinzukommen. Ein exklusiver Club. Der Ölscheich ist einfach. Okay. 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 Der Schuppenmann wird mich richtig stärken. Hollerö. Wann lerne ich es, dass ich nichts leisten kann? Wann lerne ich es? Die Muscle Memory ist too strong. Oh. Muscle Memory too strong. Wirklich. Äh. Mit Alkohol. Tss. So wenig Klopfer intus. Zu wenig Klopfer intus. Das geht nicht. Die Zuschauer in der Person 0815. Cheers. Also, nach wie vor, Leute. Team 2 ist, liegt zurück. Kein Spaß. Kein Spaß. Bei jemandem im Team 1. Es gibt einige, die im Team 1 sind. Zum Beispiel die Möwe. Oh. Rivillo ist im Herzen auch Team 1. Ich bin schon noch gespannt, by the way, Leute. Wie morgen der Donkey Kong Country 1 bis 3 Macherton laufen wird. Weil 1 habe ich letztlich noch nie durchgespielt, ne? Das war ja schon ein paar Mal, aber schon länger her. Also, Leute, wir müssen hier auch wirklich nur Megadron first try hinkriegen. Heute Team 1. So ist recht. Das wird toll. Richtige Affenparty, ne? Das könnte so, wenn man darin Erfahrung hat, ja? Sonst nicht. Ich habe nur im 3er Erfahrung. Also, im 2er halt casual, ne? Aber im 3er Speedrun, auch wenn ich dann natürlich sehr rusty bin, ne? Was geht, Bräu-Minium? Ach komm. Wir müssen hier ein bisschen leveln. Eigentlich bis 27. Affenparty, oh ja. Ne, ne, nur Anyperson durch. Das ist ja doch ein Hummerhattern. Da gab es quasi keine, ähm, Restrictions. Vom Urlaub zurück. Gönn dir. Ups. Sehr nice. Schauen wir mal. Das wurde erst vor kurzem, der hat nicht mehr Anyperson geschlagen. Und ja, von mir. Aber hier, das ist jetzt auch automatisch schwer. Wenn es, äh, sobald ich mal beende. Aber wir brauchen wirklich noch ein Level hier. Genau, wie lange ist denn der jetzt mittlerweile her? Der Terra wäre ja, ich... Zwei Wochen oder so, ne? Oder war der noch im Juni? Ich hab so ein schlechtes Zeitgefühl. Ja, komm. Aber abgesehen davon, dass ich hier ne AC-Kategorie spielen muss, äh, ist es, äh, geht's mir sehr, sehr gut, Boy. Das ist 2002 noch nicht. Danke. Danke, Anke. Vor 23 Tagen. Oh, doch noch im Juli. Ne, 30. Juni? Wo war's denn Urlaub? Boy. Affen? Ne, ne, nur Anyperson-Fulu. 100, also, 100%, beziehungsweise 101, 2, 3%, war nie ausgemacht. Tut mir leid. Seiden, es... Jetzt kommt, äh, Sternchen, lächerliche, äh, Amsterdam-Saps-Sternchen. Aber nee, nee, das könnte ich gar nicht. Da müsste ich geguided werden. Da müsste ich geguided werden, ne? Der John, äh, was ist John? Dieser, ich liebe diesen suspicious people, der so richtig so, ich weiß nicht, so richtig gierig guckt irgendwie. Ach, komm, du. Der hat irgendwie so einen richtig gierigen Blick. So einen Arkt brauche ich eigentlich auch, ne? Das bekommen wir hin. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Sternchen, lächerliche Anzahl an Saps-Sternchen. Oh, jetzt geht er rein, du Affe. Okay. So, Leute, wer glaubt dran, dass ich mega dran First-Try schaffe? Haben wir nicht einen ähnlichen Nemo? Äh, welchen? Also den, den du da hast, das ist quasi, hm, people, hm. Äh, den müsste ich auch haben als Ding. Als, äh, Ark. da müssen wir uns kurz fokussen. Weil jetzt kommt ein schwerer Fight ohne Slice, ein sehr schwerer Fight. das sind wir, wenn wir, wenn wir dann irgendeinen Scheiß reingebatet haben. Genau, den people, hm, den müsste ich eigentlich auch hier auf dem Channel haben. Genau, hier, der John hat den gerade gepostet. Das, so ähnlich sollte der eigentlich sein. Oder das Pepe, hm, eher. No, Pepe. Ah, ich wollte gerade blocken noch. What? Nah, hier abalto. Der Gesichtsausdruck ist auch ein anderer. Der guckt eher so richtig greedy, so richtig so, das will ich, den will ich haben oder sowas in der Art. Und der andere, die so, hm, ist so quasi so nachdenklich oder so. Was hat der da für einen Scheiß gesagt, so nach dem Motto? Und das andere ist so dieses, irgendwie so einen greedy Blick hat der. Gefällt mir auf jeden Fall. Wir brauchen mehr Klopfer. Sag mal so, wenn da Gaia auch first try ist, dann hat Team 2 verloren. Und hier sollten wir auch noch Timesafe haben und in Neo Tokyo. Wobei Neo Tokyo ist vielleicht nicht schwer zu sagen, aber da Gaia, es hängt, es steht und fällt mit der Gaia wahrscheinlich. Aber wisst ihr was Leute, weil die so intens ist, das geht extra, wenn ich jetzt mal auf die Toilette gehen. Was da was? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und fuck, ich habe einen kleinen Fehler begangen. Wir müssen aus Miyotoku wieder rauslaufen. Das ist aber nicht so schlimm. Können wir ein paar Gegner auf den Weg mitnehmen. Richtig geil, kühl, das will ich auch gerne. Das will ich auch gerne haben. Der Test wird eh erst kommen, wenn du on-stream spielst. Ja, wir werden es sehen, wir werden es sehen. Aber, ich sag mal so. Ich habe jetzt gerade erst Crowd-Control und ich will es natürlich auch nicht übertreiben, wisst ihr? Ich will nicht zehnmal Crowd-Control im Monat machen. Im normalen Fall einmal, ein Wochenende. Und dann freuen sich die Leute auch drauf. Aber wenn es dann drei Mal in zwei Wochen kommt oder vier Mal, das ist dann nichts. Selbst wenn die Preise sehr billig sind und so. Weil ich sag mal, es soll ja trotzdem immer noch was in Anführungszeichen Besonderes sein, dass es nur einmal im Monat kommt. Wo man sich dann weiß, okay, dann und dann ist es. Und dann ein Kombi mit... Also diesmal, ich sag mal so, den nächsten Crowd-Control, den mache ich nicht in Kombi mit Klopfer-Party. Sondern, wir machen das anders. So und so viele Kills sind dann ein Klopfer und so weiter, ne? So ein bisschen kombinieren. Wird dann noch witziger. Bei Klopfer-Party mit Gift-Stubs und Crowd-Control, das macht keinen Sinn. In einem Stream. Dann machen wir es lieber über Crowd-Control, ne? So ein... A fairer, B witziger. Du hast ja Klima bestellt und wenn die da ist, bestimmt nur noch Regen. Aber hey, die wird ja nicht schlecht. Die wird ja nicht schlecht. Kannst du dann immer noch nichts mehr verwenden, ne? Aber wie schnell man hier Level up, ne? Das ist crazy, ne? Ein paar Gegner müssen wir noch machen. Aber wir können ja erstmal hier die Kathleen so triggern, ne? Also, wir können ja erstmal hier die Kathleen so triggern, ne? Wirkt auch wie eine Klimanagel. Hier, was geht, M? Der M mit den Lifehacks. Äh, warte mal. Scheiße, ich hab da ein großes Problem. Wo ist die scheiß Asariga-Cutscene? Wieso ist die überhaupt nicht in den Splits drin? Die Asariga-Cutscene. Oh, der ist aber unfair jetzt. Und das konnte der John auch vorher nicht wissen. Aber, was? Wo ist die Asariga-Cutscene? Oh, ja, der ist ja blöd. Da müssen wir eigentlich die Splits erhöhen um 14 Minuten. Ne, also jetzt for real. Weil damit hab ich halt gerechnet. Also auch das Estimate halt, ne? Also muss das Estimate um 14 Minuten draufrechnen. Das Estimate. Das, ich achte nicht, ne, ne, das hast du auch nicht gesehen. Das kannst du mir nicht erzählen. Das glaub ich auch nicht. Wenn jemand sagt, ah, ich hab gesehen, Asariga-Cutscene fehlt. Das glaub ich nicht. Das ist so ein Detail, darauf würde niemand achten. Ne, 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 hey, was redest du hier? Du ohne Team 1 und 2. Wir können ja mal gucken, was am Ende rauskommt. Aber wie gesagt, die 14 Minuten waren halt, äh, die hab ich nicht weggerechnet. Hallo? Das ist ja wie wenn ein Split fehlen würde einfach. Hallo? So, das soll jetzt reichen. Hoffe ich doch. Haben wir keine Boots? Weiß ich auch nicht. Im Herzen. Ne, 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 das, also, dass Asariga übersetzt worden ist, ne? Äh, über, äh, Ding. Vergessen worden ist. Das, ne, ne. Ne, ne, ich bescheiß nicht. Ich hab nur im Split, äh, ich hab nur gesehen, dass ein Split von 14 Minuten fehlt. Gerade jetzt hab ich den bemerkt. Gucken wir mal. Was dabei jetzt rauskommen würde am Ende, ne? Also, ob ich draufkomme, so von wegen, oh, hab ich einen Split vergessen? Ah, ja, stimmt, Junko hab ich vergessen. Ne, auf sowas kommen wir noch nicht. Jetzt mal ganz im Ernst, no joke. Vor allen Dingen, wenn ich hier so durchscroll, als ob ich da dann mir jeden einzelnen Split anguck. Das sind so viele Splits. Ne, ne, also, wenn jemand sagt, ich hab genau gewusst, du hast Junko, äh, Ding, einen Split weggelassen. Das, das, ups, das, ich sag mal so, nicht mal ein Runner hätte das gesehen. Nicht mal ein Runner hätte das gesehen. Deswegen, Punktausende. Ja, die Zeit, aber egal wer, sagt er, er weiß, oh, der hat einen Split vergessen. Das, wie gesagt, das hätte auch kein Runner gesehen. Weil vor allen Dingen, das ist ja auch untypisch, ne? Ich meine, wie oft, wenn, wenn es mir jetzt schon drei, viermal passiert wäre, dann hätte ich gesagt, jo, okay. Nee, das, aber, das, aber... Aber ja, wir gucken mal am Ende, wie es, wie es ist. Urlaub, Caro. Right in time for Chile. Eine Stunde, außer wenn man nicht schneidet, nicht sliced. Und keine Magie. Das ist noch die große Sache. Hab ich gesagt, hier muss eigentlich ein 14-Minuten-Split noch rein. Weil das ist halt nur Cutscene. Das hat halt auch nichts mit einem Slice oder irgendwas zu tun. Das ist halt nur Cutscene, ne? Die es einfach fehlt. Und im Notfall brechen wir die Wette am Ende ab. Weil, tut mir leid, das war... Sonst hätte ich nämlich fünf Stunden einfach gesagt, am Ende. Weil es muss fair sein, ne? Na, weil das war nicht der Deal. Muss fair sein am Ende des Tages. Aber wenn man nämlich 14-Minuten-Game-Line einfach rauscutten, ist es nicht fair. Wo eigentlich abläuft. So, what are you doing, Caro? Jo, Primär, so. Danke, danke. Aber, wie gesagt, jetzt schauen wir mal erst mal am Ende, wie es ist. Nehmen wir mal an, ich sterb drei, viermal mit der Gaia. Dann ist er eh irrelevant, ne? Deswegen warten wir erst mal abwarten, ne? Wie sagt man so schön? Nicht vor den Schlägen schreien. Wir gehen selber von den plus neun Minuten hier, at this point aus. Und dann schauen wir mal am Ende. Sagte Oma früher immer. Ja, man soll nicht vor den Schlägen schreien. Wie gesagt, am Ende sterbe ich fünf, sechs Leute da, dann, dann juckt es eh keinen mehr. Aber Fairness muss gegeben sein. Ich hab halt hier meine Hando-Splits genommen, ne? Und hab halt einfach ein paar Splits rausgecuttet, ne? Weil meine Hando-Splits halt lang sind, ne? Hab ja auch ein paar Splits rausgecuttet, ein paar länger gemacht. Aber ich, äh... Ne? Ich hätte zum Beispiel Match Rocks... Ne, bei Match... Oder waren das Match Rocks? Plötzlich war ich schon gar einer mehr. Aber in irgendeiner Kategorie hab ich halt kein Act 3 Ende, ne? Das hat man nur in manchen Kategorien. Aber in den meisten. Was ist das Kategorie about? No Slicing, no Magic. Okay. No Slicing, no Magic. Du steh da grad. Das war's dann wohl über Team 1. Hm. Achter Scharf. Achter Scharf. Das war's dann. Das war's dann. Das war's dann. Ja, nicht geschafft. War's nicht geschafft. Nee, nee, da ist ein Fehler unterlaufen. Das werden wir am Ende des Runs entscheiden. Mir ist ein fataler Fehler unterlaufen, dass ich einsplitiere. Einsplit fehlt hier einfach. Damit war's nicht gerechnet in der Wette. Deswegen müssen wir am Ende gucken, wie es aussieht. Wenn ich bloß 20 Minuten bin, dann hätte das eh keinen Unterschied gemacht, ne? Und dann, ne? Und dann macht nix. Und das wird am Ende. Je nachdem, wie viel Plus wir sind, ne? Dann müssen wir entscheiden. Ja. Ich mein, ein Vot können wir jetzt hier nicht machen deswegen, weil halt ein paar Leute Team 1 sind, ein paar Leute Team 2, ne? Das wär kein fairer Vote, ne? Da würden Team 1 voten. Ja, nicht faire Wette, ne? Team 2 würde voten. Ja, natürlich war das fair. Ähm. Deswegen muss Papa das dann am Ende entscheiden. Aber jetzt schauen wir erstmal, ne? Wie war's wo? Okay. Und wenn, du hast ja eh nicht viele Punkte gewettet, oder? Ich mein, du warst ja heute das erste Mal da. Da kannst du jetzt noch keine 100 Millionen, 1000 Punkte, äh, Madrocks gehabt haben, oder? Lass das mal dem Papa machen. Richtig. Hab ich gedacht. Schauen wir mal. Vielleicht gibt's doch gar keinen Grund zu überlegen. Erstmal müssen wir an der Gaia vorbeikommen. Dann wär ein Mod John entscheiden. Ne, ne, sonst hätt ich nämlich, also einen Split vergessen. Und selbst wenn es jemand gesehen hätte, dann hätte es jemand sagen müssen. So, hey, da fehlt ein, äh, äh, ein Split. Aber, wie gesagt, das ist sehr unwahrscheinlich. Nicht mal, kein Runner hätte das gesehen. Und ich sag mal, beim letzten Mal No Slice, das war das erste Mal No Slice. Das hatte ich natürlich auch noch gar keine Ahnung, wie, was, wo. Aber es war ja trotzdem acht Minuten. Ich mein, der Tod bei Bloody Merkel hat jetzt... ...gegenüber Estimate... Äh, ich hab sechs Minuten dann das ausgemacht, ne? Und ich glaub, diesmal haben wir uns bei Megatron viel besser geschlagen, als beim letzten Mal. Ich glaub, beim letzten Mal sind wir bei Megatron ein paar Mal gestorben, kann das sein? Na, das weiß ich jetzt nicht. Oh ja, wirklich, Dude. Ist das eigentlich nur unter- oder überestimate, ne? Aber wie gesagt, im... Leute, wisst ihr was? Ich... Also, ich werd gleich die Vorhersage einfach abbrechen und dann ist scheißegal. Ja, weil ich hab jetzt keinen Bock, wirklich keinen Bock eine Stunde über die Vorhersage zu diskutieren. Um die sche... Ich sag mal ganz ehrlich, um die scheiß Magic Rocks. Da fehlen einfach 14 Minuten Gameplay. So, fertig, ne? Äh, da sind jetzt hier 14 Minuten, die einfach fehlen. Und, äh, das ist nicht fair. Punkt, Ausende. Deswegen, wir gucken jetzt erstmal am Ende. Aber ich... Ich bin mir jetzt... Weis... Oh ja, wie du. Ich sag mal so. Ob jetzt da, äh... 440 oder 454 steht, ich glaub nicht, dass du da einen großen Unterschied gemacht hättest. Und keiner. Weil keiner von euch irgendwelche Zeitwerte hat, wie lange irgendwas geht. Auch ich nicht, den Nosnice, ne? Da hat keiner irgendwelche, ne? Wenn's jetzt statt 440 6 Stunden wär, oder 5 Stunden 30, da hätten vielleicht noch andere, dann... Da hätten sich Leute schon mehr Gedanken gemacht. Aber wegen 14 Minuten da... Jo, Robson. Da besteht eine eineinhalbstündige Diskussion. Wie gesagt, wir schauen jetzt erstmal am Ende. Und dann ist es hier erstmal gegessen. Ich sag mal so, wenn ich plus 15 Minuten am Ende bin... Weil ich bei der Gaia sterbe, äh, sterbe oder so... Ähm... Also wenn ich mindestens plus 15 Minuten am Ende bin... Weil wir, wir müssen jetzt nachher rechnen, okay? Tja... Mach mal, mach mal später. Aber... Of course... I don't give a fuck. Und dieser Mark... Der Mark findet immer die richtigen Worte, ne? Ah, okay, nicht immer. Okay, fairerweise findet er sich fast nie. Aber jetzt hat er sich... Genau was Mohini schreibt. Nee, mir geht's halt wirklich immer drum, dass es sehr fair ist. Und das war halt nicht fair, wenn ein Split fehlt, ne? Soll, ich sag mal, soll er die Chance haben zu gewinnen? Und nee... Ich mein... Das ist quasi so... Wie wenn ich gesagt hätte jetzt... So Leute, wir machen jetzt ne Wette. Ich starte das Spiel und stehe einfach 14 Minuten rum. Quasi... Das ist das, was jetzt passiert, ne? Äh... Was quasi so... Und dann sagen die Leute, hey... Wieso stehst du rum? Du sollst doch spielen. Hallo, ich hab auf Team 1 gewertet. Ja egal, ich stehe jetzt 14 Minuten rum. Das ist es quasi, ne? Und das ist nicht fair. Deswegen... Mal guck, der Split geht hier nämlich, wa? Sogar auch... Mehr ist... Du meinst abziehen. Jetzt müssen wir hier erstmal gucken, dass wir schnell sterben. Aber wir haben so ein hohes Level. Soll ich verliere jetzt mehr... Ja... Ja, ich muss die Rüstung wieder anziehen. Und das war das. Sollte Musik so der mag man geht jemand hier die manche lucia 2 kommt leider gottes demnächst leider gottes da wollen leider ganz viel ja leider ganz viel das wird eklig werden wir sind schön bei dir dein liebstes spiel sogar lieber zernik mal das frechheit ich werde sogar 15 minuten aber also ungefähr weil der devop so lange gedauert hat aber wir bleiben aber 14 minuten gucken wir mal jetzt aber so oft so bei dir nur nur am chillen bei den heißen temperaturen nicht dahin schmelzen bei uns liefert weder mcdonald's noch burger king weder edeka noch rewe gar nichts wir sollten noch level 30 werden es ist sehr schwül also die grad zahlen die stimmen vielleicht aber es ist sehr schwül 1 euro g bürger also extra oder wie aber geheimtipp leute einfach kein burger king mcdonald's essen ist eh gesünder richtig krater geheimtipp ne wobei ich selber sehr gerne working esse working viel lieber als mcdonald's da ist noch salat drin ich habe noch nie gemacht jetzt haben wir aber schön mal ab ne hier 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 Ja, aber ist okay, dann können wir alle Gegner skippen im Airship. Bei Level 31 werden wir definitiv nicht. Dann müssen wir zu viele Gegner kennen. Was ist das bei dir, Angie? Ist jetzt wieder alles besser mit Corona bei Lyra und dir. McDonalds für Nuggets, Burger... Äh, definitiv Burger King. Und deine Adonis-Formel verzichten mussten. Nee, nee. Also ich hätte schon gerne McDonalds und so, ne? Und Burger King. Ich meine, im Prinzip jeder, oder? Stray. Der Lyra auch, oder? Das Spiel ist auch aktuell ein bisschen. Da fühlt sich doch auch als Katze, der Lyra. Wir bauen einen Schrank. Voll cool. Alter, darauf hätte ich jetzt auch Bock. Aber, das geht, Lucky Dragon, mein Sohn. Das hier ist der Tenigma. No Slice. No Magic Run. Aber lass ich nicht beirren. Da stimmt was um 14 Minuten nicht. 14, 15 Minuten, Pi mal Daumen. Aber mal schauen. Hey, da komme ich ja heute doch noch raus zu den Hunden. Coole Sache, oder? Ich hätte gedacht, das wird ein bisschen länger dauern, irgendwie. Aber ich habe ja die Märchen halt beim zweiten Versuch geschafft, ne? Aber die Sache wird halt wirklich sein, wie, wie wird es laufen, wenn dann wirklich mal das Goal voll ist mit, äh, No Magic, no, äh, No Magic, no Slice, no Heal. Tut mir leid, tut mir leid, Kevin. Ich würde es so gern, wirklich. Wir leveln ja, aber wir haben keine Zeit für, äh, leveln, ne? Das sind doch Speedrunner. Der nimmt seine Familie Hunde. Der Mark, alter. Dieser Mark, ein richtiger Dreckspatz, ne? Iris, das ist was ganz Schlimmes in Lufia 2. Was wirklich sehr Schlimmes, was zwischen 15 bis 30 Stunden dauert. Hunde müssen geknuddelt werden. Und ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie lange der Stream morgen geht, mit Dongo Kong kann wie 1, 2, 3, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also normal anyperson würde ich hoffentlich mal schätzen unter 4 Stunden. Aber ich weiß halt nicht, ne? 101, 2 und 3 Prozent, das wären dann wahrscheinlich 10 Stunden. Wenn's reicht. Dass wir danach wieder der Burpees explodieren. Oh, okay. Und wieder. Was raus muss, muss raus. Richtig. Ach je. Aber ja, Diamantia, das wäre dann Lufia, also Iris Purse ist quasi, äh, nur die Iris-Gegenstände finden in der Ancient Cave, ne? Und dann noch die Ancient Cave beenden, glaub ich. Bin mir grad nicht sicher. Doch, stimmt, der Jelly gibt dir ja eins, mein ich, ne? Mh, also toll, ne? Oh, ich weiß grad gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall sehr, sehr langer Run. Noch viel besser. Aber, tut mir leid, das gibt es bei mir hier leider nicht. Nur als Meme-Goal. Nur als Meme-Goal. Sorry. Kein Fan-Service hier. Äh, hallo? Nur als Meme-Goal. Weil das wirklich, das wäre wirklich der Größe, einer der Größen Abfaxi's gibt. Neben Klatze oder, was weiß ich, ne? So, jetzt schauen wir mal. Ja, es geht. Fassi Donut. Niemals blond ab morgen. Blond ab morgen. Blond ab morgen. Das hat genau gereicht, ne? Fassi mit Klatze. Das wird nicht passieren, Gucki. Das tut mir leid. Das tut mir wirklich sehr leid. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass es passieren wird. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst, dass das passieren könnte. Aber, dass die Klatze, dass ich ne Klatze bekomme, das ist... Wie wahrscheinlich ist das? Lass mal einen Vergleich finden. Ich weiß nicht, mir fällt da nichts ein. Was ist hier geplant, dass mir die Socken auszieht? Was? Ist da was geplant? Ich weiß gerade nicht. Genau. Gönnt euch Holy Energy. Ist hier was auch beim Kalender am 28. Was steht am 28.8? Könnt ihr das schaffen? Nein, könnt ihr nicht schaffen. Oh, der Big Terra Marathon. Oh. Das heißt, viermal der Anigma durchspielen in unter 15 Stunden. Ich hole die Probe-Paket. Kam gestern an. Ja, geil. Ich hoffe, es munde dir, mein Sohn. Uno. Dos. Tres. Quattro. Cinco. Seis. Was ist nächsten Samstag? Oh, TurboTunnel blindfolded. Ja. Also, das wird in der Tat lang. Keine Ahnung, was es ist. Äh. 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 Luggy Dragon. Ach komm. Ich hab schon geübt. Nee, das werde ich die Woche machen. Das ist jetzt schon von Dagaia hier. Das sind auch deine Hunde. Bist du also auf allen Vieren? Oh, ja. Oh, ja. Das soll dann sich One-Shot mit der HP. Ja, ich hab anche hier. Of course. Oh. Mal lange. Ah. Bis zum nächsten Mal. Hm. Oh, ich hab valley. seht ihr also jetzt überlegt mal die 14 minuten ne also das waren 23 minuten also guck das hätte easy gereicht deswegen da fehlt einfach ein ganzer split deswegen müssen wir die wette eigentlich abbrechen jetzt weil sonst wären wir minus zwölf minuten gewesen oder minus 13 minuten fast also ich hätte es geschafft groß wie estimated team 1 hat an sich gewonnen aber aus fairness gründen machen wir brechen mir einfach die wette ab und dann tschüss punkte sind wieder zurück aber ihr seht dass da fehlt einfach ab drei ende keine ahnung ist einfach nicht einfach weil nach neotorio kommt immer ab drei ende außer jetzt in handel und so ne da fehlt einfach aber ja